Wir reden über den VfB Stuttgart. Mein Name ist Danny Geim und bei mir am Tisch mein Kollege Simon Kramer. Simi, buongiorno. Danny, buongiorno. Du sagst es richtig. Du warst in Rom, du warst im Urlaub und jetzt bist du endlich wieder da. Wir können zu zweit podcasten. Aber die Freude wäre nur kurz, weil ab morgen bin ich ja weg. Also genießt die letzte Podcast-Folge für, nee, April ist es nicht. Wir haben im April noch zwei, drei Folgen, wo wir als Duo am Start sind. Aber das ist jetzt erstmal die letzte Folge Kramer-Gallm. Freut euch. Freut euch oder trauert. Wir haben auf jeden Fall schon Gäste in der Pipeline sozusagen, die Simis wohlverdienten Urlaub auffüllen werden. Aber bevor dann die Gäste hier reinschneiden können, haben wir heute nochmal einiges auf dem Zettel. Nämlich Rückblick Heidenheim, was für ein wildes Spiel. Wir haben dann quasi den Rückblick auf die bisherige Amtszeit von Sebastian Hoeneß. Der ist nämlich heute auf den Tag genau 365 Tage Trainer des VfB Stuttgart. Und wir haben den Ausblick auf eine meiner Lieblingsauswärtsfahrten der Saison. Der VfB am Samstag zu Gast beim BVB im Westfalenstadion. Und ein Mini-Update zum Machtkampf machen wir auch noch. Also anschnallen, los geht's. Und ich freue mich, nach der Werbung, wo du jetzt gleich reingehen wolltest, machen wir noch die T-Shirt-Verlosung. Beziehungsweise, wir haben sie schon verlost. Wir verkünden die Gewinner. Also freut euch auf geile Wir-Reden über den VfB-T-Shirts. Aber jetzt gehen wir erst kurz in die Werbung, denn wir haben wieder einen tollen Sponsor an Bord. Das ist nämlich, wer unseren Live-Podcast verfolgt hat, der hat ihn im Hintergrund stehen sehen. Der hat sich vielleicht auch an dem Abend mit dem Sebastian unterhalten. Das ist Kreuter Mieke. Simi, wir sind mittlerweile so ein gutes Duo. Wir könnten wirklich echt im QVC-Kanal, hieß es früher, glaube ich, arbeiten. Also shop.kreuter-mieke.de ist die Internetadresse, wenn ich nicht falsch bin. Genau, shop.kreuter-mieke.de kommt hier oben wieder über meinem Kopf, wie gewohnt, im Video eingeflogen. Den Link findet ihr auch in den Shownotes, falls ihr uns nicht zuschaut bei YouTube, sondern nur zuhört. Wir haben hier ein paar Tees auf dem Tisch stehen. Mein Highlight ist natürlich Schwarztee. Da haben wir jetzt hier keinen, weil das waren alles so Winterträume, die wir da hatten. Schwarztee, so Wintertraum, Adventstraum, so mit Zimt, das passt jetzt nicht mehr. Aber wir haben hier zum Beispiel Bratapfel, auch noch ganz geil, finde ich. Ein aromatisierter Früchtetee. Und Danny, du? Ich habe Strawberry Dream und mein Lieblingstee ist natürlich schon leer. Apfeltee, ich trinke sehr gerne Apfeltee. Und beim Kräuter-Mieke bekommt ihr natürlich auch Kräuter, Gewürze und Sonstiges. Das ist ein richtig cooles Angebot. Nächste Woche haben wir vielleicht sogar noch ein kleines Special für euch vor. Sebastian, schon mal dir danke fürs Unterstützen. Euch da draußen nochmal wirklich ans Herz gelegt. Toller Betrieb, kleiner Betrieb aus der Nähe von Ulm. Unterstützt uns jetzt schon des Öfteren. Finden wir natürlich mega, aber wir finden auch den Job richtig cool. Also tolle Produkte, alles mit viel Liebe, handgemacht. Ich glaube in dritter Generation, in Familienhand mittlerweile. Cooles Logo ist auch mit dabei. Und der Sebastian ist einfach ein richtig cooler Typ. Mich auch sehr lange mit ihm im Anschluss an unseren Live-Podcast haben unterhalten. Genau solche Leute wollen wir hier dabei haben, die ein bisschen positiv bekloppt sind, so wie wir beide vielleicht. Und die einfach viel Freude daran haben, coole Produkte herzustellen und jetzt hier uns im Podcast unterstützen. Und wenn ihr auch Bock habt, uns zu unterstützen oder Werbung im Podcast zu machen, kein Problem. Macht mit. Schreibt uns eine Mail an vfb.zvw.de. Da finden wir eine Lösung, wie wir euch einbauen. Und ja, Danny, dann lass uns doch zurückkehren zur Folge, oder? Ab geht's. Ja, Simeon, dann überlasse ich die Bühne kurz dir, denn du hast es letzte Woche quasi angeleiert. Wir haben ja noch einen ganzen Packen mit T-Shirts in der Redaktion rumstehen von unserem angesprochenen Live-Event, das immer noch nachwirkt bei mir zumindest. Bin ziemlich stolz, dass wir das so hinbekommen haben, wie es dann geglauben ist. Du hast T-Shirts verlöst, du wolltest drei Sieger haben. Es war so viel Feedback, dass wir ein bisschen hochgeschraubt sind, glaube ich, oder? Ja, wir haben jetzt vier Gewinnerinnen und Gewinner, beziehungsweise sind eigentlich nur Gewinner. Es ist traurig, wo sind denn die Mädels, die Damen, die Frauen, die uns hören? Das ist schade, wir haben eigentlich nur Männer gehabt, die bei unserem Gewinnspiel mitgemacht haben. Und eigentlich, klar, drei Gewinner, aber es waren so viele Mails. Wir haben Mails bekommen aus Amsterdam, aus Bonn, aus Wick am Föhr, also oben Nordseeinsel. Was geht eigentlich ab? Wo hören die Leute uns überall? Also ich Respekt an euch da draußen, ihr seid echt verteilt in gefühlt ganz Europa, die uns hören. Und wir haben vier Gewinner gezogen, und zwar zum einen Oliver Krötz aus Urbach, herzlichen Glückwunsch. Benjamin Leier aus Leutenbach, auch Glückwunsch an dich. Dann Michael Schwenger aus meiner Heimat Kernen, Glückwunsch. Und Axel Berli aus Friedrichshafen, Bodensee. Also da haben wir echt vier Gewinner jetzt gezogen, weil es waren so viele, wo wir echt sagen mussten, hey, wir müssen es aufstocken, Danny. Und wir haben die T-Shirts jetzt nicht hier, weil die liegen schon bei uns im Büro, werden heute noch verpackt, verschickt. Also heute, Mittwoch. Und dann dürftet ihr sie wahrscheinlich schon am Wochenende zum BVB-Spiel haben. Und dann schickt uns doch mal ein Bildchen durch, wenn ihr das bekommen habt. ZVW-T-Shirts zum BVB-Spiel. Ja, ja. Warum nicht? Warum denn nicht? Ich werde meins nicht anziehen, sei mir nicht böse. Das ist sehr schade, Danny. Von dir hätte ich es erwartet. Aber ich hatte dem Letzt, ich kriege ja immer so Hate, weil ich während dem VfB-Spiel manchmal in die Sauna gehe und in den Sportpunkt trainieren. Wirklich unverantwortlich. Unverantwortlich. Unverantwortlich von mir. Dass du in deiner Freizeit nicht auch noch dich mit dem VfB beschäftigst. Das ist eine Frechheit. Aber ich war dem Letzt mit unserem Wir-reden-über-den-VfB-Podcast-T-Shirt. War ich schön trainieren. Habe schön Werbung gemacht. Im Fitnessstudio hat jeder gesehen. Ich glaube, es hat keinen gejuckt. Aber wen es vielleicht auch nicht interessiert, was wir über Gewinnspiele und Werbung machen, dem nehmen wir das jetzt ab, diese Bürde. Und wir gehen nämlich rein. Denn wir haben einiges zu bequatschen. Denn dieses Spiel vom Wochenende, das ich natürlich in meiner Freizeit angeschaut habe, wie es sich gehört, als gute Vorbereitung hier für diese Sendung. Rückblick, Analyse, Heidenheim. Wir haben ein vogelwildes Spiel gesehen, gerade in der Schlussphase. Wir haben einen superdominanten VfB gesehen. Quasi in der ersten Stunde sozusagen. Das Spiel schien tot, muss ich ehrlich sagen. Ich lag in der Hängematte, habe es im iPad geschaut. 2-0, dachte ich, ja komm, jetzt kann ich ein Nickerchen machen. Aber dann wurde es wild. Das hat jeder gedacht, Danny. Jeder hat nach dem 2-0 gedacht, so, das war es jetzt. Die fahren das schön nach Hause. Aber dann wurde es wild. Ich glaube, das war mit die beste Schlussphase, an die ich mich erinnern kann. Jetzt in letzter Zeit mit dem VfB Stuttgart. Ich kann mich da noch an eine ganz gute Schlussphase im Heimspiel gegen Dortmund erinnern, letzte Saison. Was war da? 3-3, Silas, Ausgleich, letzte Sekunde. Also das war, ja gut, aber das ist jetzt auch schon ein Jahr her wieder, oder? Ähnliche Dramatik ist ein Jahr her. Aber wir wollen zum Einstieg in die Folge, glaube ich, jemanden hören, der auch ein paar interessante Takte zu sagen hatte zu dem Spiel. Du hast nämlich nach dem Spiel in der Mixzone mit Sportdirektor Fabian Wohlgemuth gesprochen. Wir hören mal kurz rein zum Einstieg. Fabian. Tja. 3-3, wilder Ritt, oder? Wilder Ritt, ja. Nee, heute komme ich hier echt mit gemischten Gefühlen zu euch. Auf der einen Seite haben wir natürlich Moral bewiesen, haben gezeigt jetzt auch mit dem Ausgleich in letzter Minute, dass die Mannschaft intakt ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich ärgerlich, nach einer 2-0-Führung so ein Spiel dann mehr oder weniger nochmal aus der Hand zu geben. Haben eine sehr, sehr gute erste Halbzeit gespielt. Ja, die wenigen Räume, die wir hatten, haben wir versucht präzise zu bespielen. Das ist uns auch dann mit dem 1-0, ja, auch mit dem Traumtor gelungen. 70 Prozent Ballbesitz, schon auch mehr Torschancen, kam auch ordentlich aus der Halbzeit. Wir machen das 2-0, auch nach einer schönen Kombination. Ja, dann passiert es, es ist schön eigentlich so zu laufen. Alle warten, ja, ein Stück weit auch aufs 3-0. 3-1 später war möglich gewesen durch Silas. Ja, und nach dem Gegentor haben wir dann so ein bisschen den Faden verloren. Ja, es ist nicht mehr so ganz viel gelungen. Es hat dann ein bisschen eben die Präzision gefehlt, die vielleicht auch die Einfachheit gefehlt im Spiel. Und ja, geben, wie gesagt, das Spiel dann ein Stück weit, ein Stück weit aus der Hand. Also ein bisschen den Faden verloren ist mir ja zu euphemistisch. Da war ja überhaupt kein Faden mehr da. Der VfB hat ja gewissermaßen aufgehört. Also er hat gewissermaßen das getan, was ich in der Hängematte getan habe, nämlich komplett abgeschalten. So der Moment, wo man ins Nachmittags-Nickerchen übergeht, vor allem am Ostersonntag, den hat sich offensichtlich auch die Mannschaft gegönnt. Und Fabian Wulgemuth spricht es ja schon an, die Statistiken, diese erste Stunde, wenn man so will, das war wirklich wieder mal ein ganz, ganz starker Auftritt. Und du hast sie hier nochmal aufs Handy geholt, also das war auch vor Ort für dich. Du dachtest eigentlich auch, gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dieses Spiel ist auf dem richtigen Gleis und der VfB fährt hier den nächsten Sieg ein. Das war so eine deutliche Nummer. Also ich erinnere mich irgendwie zur ersten Halbzeit, ich habe einen Tweet abgesetzt in der Halbzeitpause, auch der Vertikalpass hat das nochmal getwittert. Irgendwie Expected Goals beim VfB 2,3 oder 2,27. Expected Goals Heidenheim 0,03. Also da hätte es zur Halbzeit 2-0 stehen müssen, Heidenheim war völlig ohne Chance. Auch hier nach 90 Minuten, Danny, hatte der VfB, halte ich fest, 73% Ballbesitz. Das ist 3 Viertel zu 1 Viertel Ballbesitz und das Spiel geht 3-3 aus. 20 zu 6 Torschüsse, 799 zu 274 gespielte Pässe. Wenn ich das hochrechne, das sind dreimal so viel gespielte Pässe als die Heidenheimer. Passquote von Heidenheim, obwohl sie nur 270 Pässe gespielt haben, 67%. Das ist wirklich schlecht, muss man mal zur Einordnung dazusagen. Das ist wirklich schlecht. Gruseliger Wert. Und dass du so ein Spiel, du führst 2-0 im Heimspiel, Ostersonntags, das erste Mal vor 60.000 Fans, geiles Gefühl wieder, die ganze Schüssel voll zu haben. Das war ja immer so ein bisschen komisch mit diesem Unterrang Haupttribüne, die leer war. Du hattest alles im Griff. Der Gegner war chancenlos. Ich habe in der Halbzeit mit einem Kollegen gesprochen aus Heidenheim, der meinte, das ist ein Klassenunterschied. Und die haben die ja hergespielt. In der Halbzeitpause bei The Zone war das genau auch die Diskussion zwischen dem Experten Benny Laut und dem Moderator Elmar Paulke übrigens, großer Darts-Fan. War genau das die Frage, so hey, ist es zu hart zu sagen? Das war ein Klassenunterschied, ich fände nämlich gar nicht. Nein. Aber der VfB hat dann, glaube ich, den Fehler gemacht, den man generell nie machen sollte in der Bundesliga. Manchmal wird er aber nicht bestraft. Aber gegen Heidenheim aufzuhören, mit dem Spiel, mit der Konzentration runterzufahren, das wird bestraft. Weil die, die Rennen auch beim 0-3, 0-4, hören die nicht auf zu zocken. Und das hat auch Trainer Sebastian Hoeneß auf der Pressekonferenz nach dem Spiel gesagt. Also zunächst mal, der O-Ton jetzt mit Wohlgemut war ja geil, weil der kommt so her, guckt uns so an, ich sage so Fabian und er sagt so, ja. Also die waren alle richtig pissig. Also auch Dennis Unterfirma nachher in O-Ton war angepisst. Fabian Wohlgemut sah nicht gerade glücklich aus. Und Trainer Hoeneß auf der PK war auch, ich würde es nicht sagen, niedergeschlagen. Aber er hat gemerkt, ey Leute, der Punkt ist viel zu wenig. Und am Ende musst du ja trotzdem froh sein, durch dieses Last-Minute-Tor von Dennis Unterf, dass du noch den Punkt holst. Aber die alle haben eben gesagt, das war zu wenig. Und Trainer Hoeneß hat eben ganz besonders betont, das darf dir gegen Heidenheim nicht passieren. Heidenheim ist die Mannschaft, die, du sagst es richtig, die liegen 2-0 hinten und sind eigentlich chancenlos. Und marschieren trotzdem weiter. Und 75% der Gegner hören einfach auf und sagen, ey, wir haben keine Chance, der VfB ist so gut, die Kombinationsfußball, die Maschine läuft. Wir kommen heute zu keinem Punkt. Und was macht Heidenheim? Tränen auf. Natürlich durch den Patzer von Alex Nübel, der echt sehr, sehr bitter war. Da sprechen wir nachher auch noch drüber. Aber ich glaube, der Knackpunkt, Danny, war, die Mannschaft, die Fans, der Trainer, Sportdirektor, alle waren sich zu sicher. Sogar der Gallen auf dem Balkon oben war sich zu sicher. Aber du hast den Ton mitgebracht von Fabian Wohlgemuth, da wollen wir auch nochmal reinhören, weil er nämlich ganz schön umschreibt diesen, man kann es glaube ich als Spannungsverlust bezeichnen, den die Mannschaft wirklich hatte. Die Frage ist nur, ist es eine menschliche Reaktion, dass man halt so, ja komm, wir haben es im Griff, das läuft nicht und dann ist es ja irgendwie so, ja, fahre ich halt ein Stück weit runter. Oder ist es ein Ticken auch Arroganz? Wollen wir gleich diskutieren, wir hören erst ja den Ton. Hier kommt nochmal Fabian Wohlgemuth. Du hast gerade gesagt, ihr kriegt dieses 1 zu 2 und werdet dann ein bisschen unsicher. Ihr wart doch eigentlich seither stabil genug. Wie erklärst du dir so ein bisschen diesen Einbruch? Es war ja schon ein bisschen Einbruch zwischen Minute 65 und 90. Ich habe es ja gerade gesagt, nicht nur die Zuschauer, sondern möglicherweise auch die Spieler haben gedacht, es geht jetzt hier zu Hause bei uns so weiter wie in den letzten Spielen. Da machen wir dann den Deckel irgendwann drauf und dann spielen wir es sauber zu Ende. Und ja, dann hat schon auch die Konzentration, der Fokus in dieser Phase eben auch gefehlt. Konzentration und Fokus haben gefehlt und du hast es schon anklingen lassen, der dicke Patzer von Alex Nübel war der Türöffner für die Heidenheimer, dass es in diesem Spiel vielleicht doch nochmal eine Möglichkeit gibt, reinzukommen. Also Nübel hat ihnen dieses Geschenk verteilt am Ostersonntag. Wir machen jetzt gar nicht die blöden Wortspiele, die es alle dazu gibt, mit Ei im Nest und so weiter. Da gibt es ja eigentlich auch nicht wirklich was zu diskutieren. Ja, aber ich möchte da reingrätschen, weil du hast gerade gesagt vor dem O-Ton, wir müssen über so Stichwort Arroganz sprechen oder Stichwort Menschlichkeit. Lasst uns jetzt diskutieren und ich würde gerne auch eure Meinung da draußen hören. Schreibt es uns in die Kommentare. War der VfB in dieser Phase arrogant oder war es einfach nur menschlich, dass sie da nachlassen? Ich finde wie immer eine Mischung aus beidem. Also mir ist ganz, ganz arg aufgefallen, wie die VfB-Profis auf dem Feld, auch allen voran Dennis Undaf, Seru Gerasi, auch Enzo Mio, da noch eine Hacke, da noch eine Spitze, da noch 1, 2, 3, da mal noch Ball mit dem Außenriss weiterleiten. Oder nicht mehr richtig mitmachen in der Rückwärtsbewegung vor allem. Das war schon so, da sind nicht nur 2, 3 Prozent nachgelassen worden, da sind einfach mal 10, 15 Prozent nachgelassen worden. Und ich habe den O-Ton jetzt hier nicht dabei. Den hat Alexander Nübel uns nach dem Spiel gegeben in der Mixzone. Der hat nämlich gesagt, da war Partystimmung im Stadion. Da wurde ja direkt nach dem 2-0 angestimmt, Stuttgart International, Europapokal, oh. Und das haben die Spieler auch gespürt. Und er meinte, da war zu früh Partystimmung. Also Alex Nübel, es war keine Kritik an den Fans. Nein, nein, die dürfen ja Party machen. Aber er meinte auch, wir Spieler, wir haben halt auch gedacht, das geht jetzt so weiter, wie die Heimspiele zuvor. Und auch Trainer Sebastian Hoeneß hat auf der PK gesagt, es war Partystimmung im Stadion, wir haben das wahrgenommen. Aber wir dürfen uns davon nicht beeinflussen lassen. Und das haben sie. Das haben sie, sie haben sich davon beeinflussen lassen. Und es ist egal, gegen wen du spielst. Wenn du 10, 15, vielleicht sogar 20 Prozent nachlässt, und du warst so dominant, Danny, du warst so dominant. Und du hast unerklärlicherweise nachgelassen. Dann würde ich nicht nur sagen, das ist menschlich, das passiert halt. Sondern ich würde schon auch sagen, das ist ein Stück Arroganz. Weil du denkst, erstens, Heidenheim ist so mies, die holen hier heute gar nichts. Zweitens. Was ja aber ein legitimer Gedanke war, nach diesen 60 Minuten, sage ich jetzt mal. Zweitens, wir sind so gut, wir machen jetzt das Dritte, wie in den Heimspielen zuvor, wie in Hoffenheim in der zweiten Halbzeit. Machst du das Dritte und dann ist das Ding durch. Und drittens, wir sind eh zu Hause unbezwingbar. Und dann lässt du nach und auf einmal kommt dieser Patzer, dann wirst du unsicher. Und ich fand es auch spannend, weil ich habe das ja Fabian Wohlgemuth gefragt. Ihr wart doch so sicher. Ihr wart so stabil seither. Wieso geratet ihr nach diesem 1, 2 so ins Schwimmen? Ja, warum? Weil jeder runtergefahren ist. Und weil du vielleicht einen Gegner hattest, also das meinte ich vorhin mit, du kannst dir es manchmal auch erlauben, gegen einen Gegner runterzufahren, wenn das irgendwie die komplett angeschossenen Kölner sind und du führst 2-0 gegen die, die kommen nicht mehr zurück, glaube ich. Da kommt dann aber dieser Faktor, dass der Frank Schmidt mit Heidenheim eine ganz tolle Truppe beieinander hat, die einfach stringent weitermachen. Und es war nicht gut, nee, keine Frage. Aber die genau wissen, wir kriegen vielleicht noch eine Chance. Und dann gucken wir mal, was passiert. Und dann geht so ein Spiel wieder auf. Und dann kommt eben die Qualität dieser Mannschaft, denke ich, rein. Und da müssen wir den VfB, das hat jetzt gar nichts mit Arroganz oder Sonstigem zu tun. Aber was mir aufgefallen ist, die Fülle an Standardsituationen, die sie gegen Heidenheim zugelassen haben. Ich sage nur, Jan Niklas Beste, müsste man eigentlich aus dem Hinspiel noch gut gekannt haben. Zumal ja die Standardthematik eine ist, die beim VfB in dieser Runde einfach nicht in den Griff zu bekommen scheint. Und wir haben es vor dem Spiel auf der PK mit Sebastian Hoeneß noch angesprochen. Und da meinte er, ja, wir wissen über die Standardstärke der Heidenheim und kennen vielleicht unsere eigene Schwäche. Und lassen trotzdem, glaube ich, sieben Ecken zu von Heidenheim. Genau. Und das Ziel war ja vor dem Spiel, diese Situation gar nicht erst entstehen zu lassen. Und sie haben ja kaum Ecken zugelassen. Sie haben 2-0 geführt. Ich habe jetzt keine Statistik, wie viele Ecken sie hatten. Aber gefühlt in den letzten 20 Minuten sind da ja fünf von den sieben Ecken sind ab Minute 65 entstanden. Und es zeigt einfach, sie haben abgeschalten, sie haben den Kopf ausgemacht. Und dann hat Heidenheim einfach weitergemacht. Und es hat sie überrascht. Toller Charakter dieser Mannschaft. Das muss man ja immer sehen, Leute, das ist ein Aufsteiger. Also ich will denen nicht zu nahe treten, aber da ist ganz viel Mittelmaß fußballerisch auf dem Platz. Ja, klar. Da sind jetzt keine feinen Zocker à la Enzo Milo und so weiter. Das haben die einfach nicht. Das brauchen sie aber auch gar nicht, weil die als System, als Truppe so gut funktionieren. Und viele Arbeiter haben. Und natürlich auch mit Beste vielleicht einen der besten Außenbahnspieler. Und dann vorne drin mit Kleindienst einen tollen Vollstrecker noch haben. Und dann ist es halt wie immer, ja, der VfB hat super nachgelassen. Ob es jetzt arrogant ist oder absolut menschlich, das ist ja letztlich dann egal. Das Ergebnis ist das gleiche. Und du hast eben einen Gegner, der auf einmal durch das Nübel geschenkt, da müssen wir jetzt auch nochmal kurz drüber sprechen, die Tür geht wieder auf. Und dann fangen die auf einmal an, daran zu glauben. So, und da, das ist, glaube ich, so der Vorwurf. Ich will ihnen gar nicht vorwerfen, dass sie nach dem 2-0 dachten, so, hey, das haben wir gut im Griff, weil das dachte jeder. Und das ist absolut legitim gewesen, weil alles hat für sie gesprochen. Aber dass sie es nicht geschafft haben, die Bremse reinzuhauen. Sie haben ja innerhalb von nicht mal zwei Minuten, glaube ich, dann den Ausgleich gefressen und dann kurze Zeit später direkt das 3-2 gefressen. Dass sie in dieser Phase so, deswegen fand ich vorhin, wir haben ein bisschen den Faden verloren. Nee, ihr wart komplett weg. Ihr wart für fünf Minuten, glaube ich, komplett nicht auf dem Platz. Und das darf niemals passieren. Gegen keinen Gegner, in keiner Spielphase, in keiner Phase der Saison auch. Und so stehen sie jetzt natürlich auch da. Zwei Spiele gegen den Aufsteiger, hast nur einen Punkt geholt. Das wäre auch, wenn der VfB jetzt nicht Europaparkal-Anwärter wäre, wäre das zu wenig. Selbst wenn wir jetzt darüber sprechen würden, die Mannschaft steht im Abstiegskampf gegen Heidenheim. Klar, in Heidenheim super schwierig zu spielen, aber das haben sie verloren in der Hinrunde. Und zu Hause nur ein Punkt, das darf eigentlich nicht passieren. Und könnte, ich will jetzt gar nicht zu sehr Stimmung nach unten drücken, aber das könnte natürlich in der Endabrechnung, wenn es darum geht, ein, zwei, drei Punkte, wer wird denn in die Champions League kommen? Wer kommt in die Euro-League oder wer vielleicht nur in die Conference League? Vielleicht sind diese Punkte, die der VfB gegen Heidenheim hat liegen lassen, letztlich entscheiden. Man kann es auch anders sehen. Vielleicht ist der eine Punkt, den du da in der Nachschiedszeit noch holst. Vielleicht ist der Gold, Gold, Gold wert am Ende. Kann auch sein, ja. Man weiß es nicht. Aber es ist natürlich schade. Leipzig hat nur gepunktet gegen Mainz. So ein 0-0, oder? Eklig ist 0-0. Kein Tor reingebracht. Trotz drückender Überlegenheit. Ja, und was mir halt aus Sportlersicht, ich bin ja auch Sportler, was mir so weh tut, ist, das war halt maximal unnötig. Dieses 3 zu 3 war völlig unnötig, war ohne, also einfach unnötig. Du bist so dominant und führst 2 zu 0 und alle Statistiken sprechen für dich. Du bist viel besser, du hast eine volle Hütte. Stimmung müssen wir auch gleich nochmal sprechen, wenn wir chronologisch nochmal das Spiel durchgehen. Aber unterm Strich, mir tut das weh und ich habe auch gesehen, dass es jedem Spieler weh tut in der Mixzone, dass du hier einfach 3 Punkte hergibst. Das ist sehr, sehr frustrierend. Nach dem Spiel war es sehr frustrierend, aber ich glaube dann auch schon ein, 2 Tage später kann die Mannschaft, kann der Trainer auch schon wieder sagen, ey Leute, wir haben hier immer noch einen Punkt geholt, obwohl wir hinten lagen in der Nachspielzeit, tief in der Nachspielzeit holen wir noch das Ding. Aber es gibt ja noch einige Themen, über die wir quatschen müssen in dem Spiel, weil da sind einige Dinge passiert, auch neben hier, abschalten, Arroganz, Stichwort. Lasst uns da mal reingehen in die Chronologie des Spiels. Dann würde ich sagen, fangen wir mal kurz an. Wir haben Karasor draußen gehabt, der war angeschlagen, konnte nicht spielen. Für ihn Dahoud in der Startelf, Trainer hat gesagt, er hat es ordentlich gemacht. Normalerweise sagen die Trainer immer gerne so, ja sehr gut oder gut. Dann ist ja ordentlich fast schon abwertend. Was war so dein Fazit? Was ist mir für eine Note gegeben? Ich habe es ehrlicherweise gar nicht gesehen. Boah, ich weiß es auch nicht mehr. Ich glaube eine 3, 5 oder eine 4, glaube ich. Was hat dir nicht gefallen? Was hat er nicht so gut gemacht? Ich finde, dass Dahoud noch nicht so in den Hoeneßball reinpasst, in dieses System. Ich finde, dass Angelo Stiller neben Atakan Karasor, das klingt jetzt blöd, weil er hat ein Tor gemacht, Angé, sein erstes Tor im VfB-Trikot. Aber ich finde, Atta ist dieser klassische Abräumer, diese Holding-Six, die der VfB braucht. Die Thomas Tuchel gerne hätte gehabt. Die der VfB braucht, weil dieses VfB-Spiel, das Offensivspiel, das ist ja auch sehr, sehr auf Ballbesitz aus. Im letzten Drittel sehr viel Ballzirkulation und Mo Dahoud hat mir zu viele Bälle verloren im Zentrum und war ein Ticken zu offensiv. Er sollte auch ein paar Defensivaufgaben übernehmen. Ich finde, das war ein solider Auftritt, aber es war eben kein überzeugender Auftritt. Und ich glaube nicht, dass sich Mo Dahoud mit diesem Spiel in die Startelf gespielt hat. Wenn Atta Karasor am Samstag sowieso, wenn Waldemar Anton ja mit seiner fünften gelben Karte ausfällt gegen Dortmund. Du hast Rouault noch verletzt, du hast kein Zagadou. Du musst irgendwas machen, vielleicht ziehen sie Atta zurück in die IV. Dann bleibt Dahoud vielleicht doch drin. Also man weiß es nicht, aber theoretisch würde ich sagen, Dahoud hat sich hier keinen Stammplatz erspielt. Ich finde, gar nicht unbedingt, weil er jetzt so grottenschlecht war, sondern weil diese Kombi Karasor als Holding-Six-Arbeiter, der macht die Räume zu. Er ergänzt sich besser als Dahoud und Stiller, die beides gute Zocker sind. Wobei Stiller sogar, das geht mir immer mal ein bisschen zu arg verloren, dass er auch ein super Fighter ist und auch mal ganz genau weiß, wann er eine Grätsche auspacken muss. So, wann er mal dazwischen haut. Also Stiller ist ein super Spiel, keine Frage. Und wenn wir in der Chronologie bleiben, dann müssen wir natürlich auch darüber sprechen. Stichwort Stimmungsboykott. Wir kommen ja nachher noch ganz kurz darauf zu sprechen. Halten Sie heute wirklich kurz Thema Vereinspolitik, Machtkampf, Aufsichtsrat, Vogt, Porsche, Werle, tralala. Die Fans haben ganz klar ihre Meinung kundgetan. Ich habe da sehr witzige Spruchbänder gelesen, muss ich ehrlicher sagen. Mein Lieblingsspruchbänd war das mit Sebastian Müller. Obwohl das mein? Was heißt da einordnen? Wer ist Sebastian Müller? Es gibt ja Gerüchte, dass das Christian Beriedmüller war, der diesen Blogbeitrag geschrieben hat. Also Leute, wir sind ja hier unter uns, wir kennen uns alle gut aus. Das ist Protest, wie ich ihn mag. Das ist ein bisschen überspitzt, ein bisschen mit Witz. Das ist super. Wie war es denn vor Ort im Stadion? Wie hast du das wahrgenommen? Es gab diese Rauchschwaden, es gab den Stimmungsboykott. Hattest du eher das Gefühl, dass der Großteil der Schüssel davon genervt war? Oder fandest du eher, dass das dann eher doch auf Zustimmung gestoßen ist? Also ich fand den, also das hieß ja alle in schwarz. Das war ja die Basic-Nachricht. Cannstatter Kurve, Fankurve, alle in schwarz. Das fand ich gar nicht so schlimm. Ich dachte, das wirkt ein bisschen bedrohlicher, weil die meisten hatten trotzdem einen Fanschal an, weißt du, irgendwie eine Fahne dabei noch. Also das war halt schon ein eigentlich bunteres Bild in der Cannstatter Kurve. Und das haben nicht alle mitgemacht. Also so der Unterrang der Cannstatter Kurve, Stehbereich, da waren schon so 85, 90 Prozent in schwarz. Aber Oberrang Cannstatter Kurve war bunt gemischt. Auch ein bisschen weiter oben im Unterrang, da wo die Sitzplätze dann kommen, da war auch bunt gemischt. Also da war nicht jeder dabei, auf jeden Fall. Das muss man auch so deutlich sagen. Und ich habe das jetzt nicht wahrgenommen, dass das irgendwie auf Pfiffe gestoßen ist, dieser Protest. Weil es ist ein legitimer Protest, es ist eine legitime Protestform. Die war ein stiller Protest mit Spruchbändern, dann auch mit diesen Rauchschwaden. Das fand ich sehr, sehr geil. Hat so ein bisschen bedrohlich gewirkt. Das Spiel war auch kurz unterbrochen. Also das fand ich, hat einen guten optischen Eindruck gegeben. Aber ansonsten war das ja ein stiller Protest. Das Spiel wurde nicht unterbrochen. Das ist völlig legitim, das zu machen. Und ich fand das auch gut, so diese Aktion. Und ich hatte nicht das Gefühl, dass das mit Pfiffen begleitet wurde. Also es gab keine Pfiffe, das wurde so hingenommen. Das war okay, glaube ich. Und ich glaube, viele Fans im Stadion, Haupttribüne, Gegentribüne, wir verstehen ja auch, worum es da geht bei dieser Protestform. Wir verstehen vor allem die Botschaft so nach dem Motto, Leute, wir haben die Schnauze voll von diesem Affenzirkus, den wir da abziehen. Also ganz ehrlich, wer sich da ein bisschen informiert in der Thematik, der muss ja auch sagen, ich habe die Schnauze voll. Also das ist ja wirklich ein Deppentheater, Sandkastentheater. Das sucht ja seinesgleichen. Außer man ist beim VfB, dann ist es VfB sein, wie man immer so schön sagt. Aber dem Spiel, ob das jetzt geschadet hat, in der Mixzone haben wir natürlich auch mit Nübel gesprochen. Und der meinte dann, oder ich habe ihn gefragt, wusstet ihr Bescheid, was da kommt? Und da meinten sie, ja klar, wir wurden informiert vorher. Es hieß, 10 Minuten ist Stille erstmal, damit wir uns daran gewöhnen können. Alle in schwarz. So, wir wussten, was kommt. Also die Mannschaft war informiert. Jeder eigentlich wusste, es kommt dieser Protest. Dem Spiel hat es nicht geschadet. Das ist ja schon mal eine Nachricht, weil der VfB bei den DFL-Investorenprotesten, wo ja wirklich minutenlang Unterbrechung war, danach immer Probleme hatte, wieder ins Spiel reinzukommen. Also das war ja auch so ein Thema. Und da hatte ich aber ehrlicherweise nie den Gedanken, weil die Cannstatterkurve und alle Vereinigungen, die dort zusammen sind, die machen das immer gut. Die haben ein gutes Gespür. Die würden jetzt nicht in dieser Phase wirklich so massiv ins Sportliche eingreifen. Diese Sorge, die ja mancher geäußert hat, die habe ich nie geteilt. Und das hatte ja auch null Einfluss. Es stand 1-0 zur Halbzeit, dann 2-0. Also der Support war da und es war ja trotzdem ein bisschen ein komisches Spiel. Wir sprechen nachher auch über den Torjubel von Dennis Undaff, der in Richtung Kurve ging mit hier. Ich höre nichts, was ist hier los? Also gab es ja auch Notarzt-Einsätze in der Kurve. Also es war irgendwie ein bisschen ein komisches Spiel. Und ich fand es halt auch aus Stimmungsperspektive schade, weil es war das erste Spiel, tausendste Heimspiel in der MHP-Arena des VfB Stuttgart, in der Bundesliga, dazu das erste Mal wieder 60.000, Ostersonntag, geiles Wetter. Ich hätte mir gewünscht, dass von Anfang an Stimmung da ist, aber der Protest ist legitim und der hat stattgefunden und es war auf eine Art und Weise, die keinen gestört hat und auch keinen stören kann. Es wurde niemand verletzt, das Spiel wurde nicht unterbrochen. Also ich fand es nicht schlimm und ich fand auch die Transparente sehr witzig. Der einzige Nachteil für mich war, die ersten 20, 25 Minuten vom Spiel habe ich verpasst, weil ich quasi nur am Schreiben war, weil ich dann direkt einen Artikel rausgehauen habe zu diesem Protest. Ja, du hast ja dann in gewisser Weise schon ein bisschen was verpasst, weil ich will jetzt gar nicht, wir wollen jetzt gar nicht so minutiös das nochmal durchgehen, aber so ich sag mal die erste Stunde, die ersten 60 Minuten war der VfB, kommt aus der Länderspielpause, hatte viele Abstellungen, ja, hey, vier Spieler beim BSB-Team, du hast es ja ausführlich aufgearbeitet mit Daniel und mit Marco Hagemann. Wie kommen da raus, die spielen direkt, du hast, ich habe immer so das Gefühl, diese Mannschaft ist dann da, die weiß, jetzt läuft es und dann gehen sie in Führung, wunderbar rausgespielt, schon der Abseits-Treffer von Girassi, den sie da zurücknehmen, also das ist ja völlig, bei Schick haben sie die Linie nicht so genau angelegt, als Leverkusen noch getroffen hat, aber das nur am Rande, also die haben richtig gut gezockt, das war wieder eine super, super erste Halbzeit, plus 15 Minuten in der zweiten Halbzeit und dann, Semi, kommen wir nochmal an den Punkt, an dem wir jetzt schon zwei, dreimal vorbeigekommen sind, an diese Wegmarke, an den Nübel-Patzal, also wir brauchen jetzt, ich war früher Torwart, da brauche ich jetzt gar nichts zu sagen, der war gedanklich, hat er ja danach, glaube ich, gesagt schon so, und das ist ja auch sein Spiel, ich pflücke die Kirsche und denke schon mal an, geht der Undaf, geht der Girassi, wen kann ich vielleicht steil schicken und in dem Moment, Spannungsverlust, hat nichts mit Arroganz zu tun, sondern er denkt einfach schon mal weiter und ich habe ja die Kirsche noch gar nicht scheiße, sie ist drin. Das ist wie beim American Football, da gibt es ja manchmal so Easy Catches, wo der Quarterback wirft und die Receiver müssen nur fangen, aber der Kopf ist schon beim nächsten Zug. Gucken dann schon, habe ich freie Bahn und dann fangen sie nicht, weil sie Hand-Augen-Koordination und sind zu weit. Ich meine, Nübel hat dann auch in der Mixzone gesagt, ja, was soll ich dazu sagen? Also er wurde ja angesprochen auf den Fehler, Leute, ich habe halt Scheiße gebaut, es tut mir leid, das war mein Patzer, aber ihr habt es alle gesehen, also passiert ihm in einem von tausend Fällen, also es ist halt zau blöd. Irgendjemand hat geschrieben, lieber passiert es gegen Heidenheim als nächste Saison gegen Real Madrid, so kann man ihn nur beipflichten. Es hat ein bisschen in sein Spiel gepasst, ich fand ihn ungewöhnlich wackelig mit Blick auf das ganze Spiel, ich fand auch ein paar Zuspiele mit dem Ball am Fuß, ich habe ihn da schon deutlich stärker gesehen und ich finde auch beim Kopfballtreffer von Kleindienst, müssen wir ihn ganz klar in die Verantwortung nehmen, der Ball segelt zwei Meter vor seinem Tor runter, Kleindienst köpft ihn dann rein, da ist er in der Vergangenheit auch schon mal rausgekommen, aber es steht dann vielleicht sinnbildlich für diese Phase, wo einfach der komplette VfB schon mal in den Holiday-Modus geschalten hat, aber wir wollen jetzt Nübel gar nicht weiter kritisieren, der weiß, was er gemacht hat und die Mannschaft weiß auch, was sie an ihm hat, er hat ja auch ein, zwei sehr gute Szenen gehabt, das wollen wir gar nicht verschweigen. Erste Halbzeit-Konter von Besse. Genau, wo er super reagiert. Über seiner Personalie schwebt ja schon seit Wochen oder eigentlich ist es ja immer so, weil er ist ein Leihspieler, dieses Thema um seine Zukunft und das finde ich jetzt nochmal ganz interessant, dass wir das an dieser Stelle in die Sendung reinholen. Ihr habt nach dem Spiel in der Mixzone mit ihm über seine Planungen gesprochen und da hören wir am besten einfach mal rein, was der sympathische Kerl aus, ich glaube aus Paderborn kommt er ursprünglich, aus Westfalen, zu seiner weiteren Karriereplanung sagt und welche Rolle da der VfB Stuttgart spielt. Ja, das geht jetzt los, aber das macht grundsätzlich mein Berater erstmal. Sah vielleicht heute nicht so aus, aber ich wollte das alles ein bisschen von mir fernhalten. Die Dinge passieren, passieren manchmal zum ungezwingen Zeitpunkt, aber nee, es geht jetzt. Ich glaube, es wird keine Rolle spielen, glaube ich, in den Entscheidungen hier. Es geht mehr darum, was du willst wahrscheinlich. Genau, ja. Und das wird jetzt klar analysiert. Ich habe noch ein Jahr bei Bayern, fühle mich aber sehr wohl hier. Ich glaube, das wissen alle und es wird sich hier nicht in den nächsten ein, zwei, drei Wochen jetzt gut zusammensetzen und das alles mal besprechen. In erster Linie habe ich auch mal einen Berater, der weiß, was ich will und der macht das dann. Sehst du auch ein bisschen, was du willst? Bis jetzt noch nicht. Aber klingt so ein bisschen so, als ob das dein favorisierter Weg wäre, hier zu bleiben, noch ein Jahr. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Option. Das kann ich so offen sagen. Wie gesagt, fühle mich sehr, sehr wohl in der Mannschaft, im Verein, mit den Fans in der Region und deswegen ist es natürlich eine gute Option für mich. Schöner Einblick für euch da draußen. Auch mal so, wie so ein Gespräch dann läuft in der Mixzone. Also ihr habt da die Stimmen vom George Moisidis gehört, vom Niklas Nowak. Also da steht man dann zusammen im Pulch und löchert die Spieler eben und hat ja ein paar interessante Dinge gesagt. Vielleicht nochmal zur Einordnung. Also Nübel, Leihspieler vom FC Bayern, hat dort noch ein Jahr Vertrag. Das heißt, sollte man in Stuttgart der Meinung sein, wir wollen den nochmal ein Jahr verleihen, dann müsste er zuerst seinen Vertrag in München verlängern, damit das rechtlich möglich ist. Und deswegen sagt er ja zu Recht, da fangen jetzt dann die Gespräche an. Wie sieht es denn aus? Das macht es für Fabian Wohlgemuth natürlich kompliziert, weil eben mehrere Parteien am Tisch sitzen. Es ist der Spieler, es sind die Bayern, es ist der VfB. Aber was natürlich auch ganz klar durchschimmert ist, dass sich der Alexander Nübel sehr, sehr, sehr gut vorstellen kann, hier nochmal ein Jahr in Stuttgart zu spielen. Und da spielt dann natürlich, wie bei allen Spielern, bei allen Gesprächen, auch die sportliche Perspektive eine Rolle. Glaubst du, überspitzt gefragt, wenn der VfB die Champions League noch verdattelt, ist Nübel nächstes Jahr nicht mehr zu halten beim VfB? Keine Ahnung. Also bei Nübel ist für mich alles drin. Die Frage ist, was ist machbar? Aus VfB-Sicht. Feste Verpflichtung nicht? Keine Ahnung. Ich habe in die Bücher des VfB Stuttgart nicht reingesehen. Ich weiß nicht, wie viel Geld da aktuell da ist. Jetzt ist ja der Deal, dieser 100-Millionen-Deal mit Porsche, reden wir nachher drüber, die Nachteile davon, ist jetzt ja fix, wenn sie in die Champions League kommen, dann winkt da schon mal knapp 20 Millionen Euro an. Einfach nur, wir nehmen teil. Hallo, herzlich willkommen. Dann ist die Frage, was passiert mit Serou? Kommt da eine Ablöse rein? Kannst du Dennis unterfalten? Ich glaube, das ist gerade ein Puzzle, das man noch nicht ganz überschauen kann, weil es von so vielen anderen Faktoren abhängt, als nur von Nübel, dem Bayern und dem VfB. Wenn der VfB Gerasi hält und keine Ablöse bekommt und der Gerasi will mehr Gehalt, was er offensichtlich will, dann hast du weniger Geld. Holen sie Undaff. Er will das nicht. Ja, aber dann holen sie Undaff. Der will auch zum Topverdiener wohl aufsteigen, hat zum Beispiel die Bild geschrieben, was ja auch stimmt. Dann fehlt da auch wieder Geld. Dann kannst du Nübel nicht fest verpflichten. Also das ist so ein bisschen ein Geben und Nehmen. Und aktuell, wenn du mich jetzt fragen würdest, würde ich sagen, wenn der VfB in die Champions League kommt, dann spricht er überhaupt null dagegen aus Nübelsicht, dass er in Stuttgart bleibt. Das würde voraussetzen, entweder er unterschreibt beim VfB, der VfB verpflichtet ihm fest, was eine Geldfrage ist. Oder Punkt Nummer zwei, er verlängert in München seinen Vertrag langfristig. Mit der Perspektive, irgendwann mal diesen Manuel Neuer zu beerben, falls der nicht mit 45 wie Gigi Buffon immer noch zwischen dem Pfosten stehen möchte. Weil Neuer hat jetzt ja seinen Vertrag nochmal um ein Jahr verlängert. Das heißt, es könnte sein, ab der Saison quasi, was ist dann, 25, 26, dass Nübel Stammkeeper bei dem Bayern wird. Auch nicht die schlechteste Aussicht für einen deutschen Keeper. Und noch ein Jahr Champions League spielen mit dem VfB hier, so gute eingespielte Truppe. Genau, deswegen glaube ich gar nicht, dass es für ihn so interessant wird, einen ganz anderen Verein zu wählen. Also keine Ahnung, jetzt, da gab es ja mal die Gerüchte mit Lissabon, mit Sporting, die brauchen den Stammkeeper, da ist wohl nichts dran. Ich habe ja auch da eine Kleinigkeit drüber geschrieben. Aas Rom war auch mal Gerüchteküche. Ist auch nichts Konkretes dran. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt sagt, er wechselt, keine Ahnung, nach England zu West Ham. Weiß der Geier was. Weil die ganzen Top-Teams, die haben ja alle Top-Keeper. Und was vielleicht eine Rolle spielt, Nübel hat diese Erfahrung gemacht, im Ausland zu spielen, gar nicht schlecht zu spielen, aber du bist automatisch weg vom Radar der Öffentlichkeit. Das sollte jetzt nicht heißen, dass Julian Nagelsmann nicht schaut oder so, aber rein so vom, wie finde ich statt in den Medien und das spielt eine Rolle für diese Sportler. Das ist gar nicht so zu unterschätzende Rolle. Und allein schon aus der Sicht würde es überhaupt Null Sinn machen, zu Sporting Lissabon zu wechseln, weil es interessiert kein Mensch, wie Sporting spielt. Das kriegt auch keiner mit. Es läuft nicht in der Sportschau, das läuft nicht bei deinem VfB, das läuft nicht bei sonst irgendwas, bei Sky. Da bist du erstmal weg und da mag die Mannschaft dort noch so spannend sein. Du läufst, du fliegst erstmal unter dem Radar der Öffentlichkeit. Und hier in Stuttgart, riesen Traditionsverein. Du hast was geschaffen, du hast eine Perspektive, du hast vor allem eine funktionierende Hintermannschaft in der Regel. Er hat das ja, finde ich, auch ganz schön gesagt, so ja, heute war es nicht die beste Bewerbung, aber alle wissen ja, was sie an Alex Nübel haben. Das ist einer der Top-5-Keeper der Bundesliga. So, und dass er das leichtfertig hergibt, also ich denke mal, und das höre ich da jetzt aus dem O-Ton auch so zwischen den Zeilen raus, Prio 1 ist der VfB. Und ich glaube, ganz klar. Und der Riesenvorteil ist ja, die Bayern, wenn du dich in die Münchner Perspektive versetzt, du hast Manuel Neuer, auf der Bank hast du einen Ulle, der jetzt gegen Dortmund gespielt hat, hat zwei Dinger geschluckt, dieses erste Tor, muss er halten. Aus meiner Perspektive, also Nübel hält den. An einem normalen Tag schon, ja. Bin ich jetzt mal so frei und sag das einfach. Die müssen sich ja fragen, wie stellen sie sich langfristig auf. Und sie haben hier einen Torwart in der Hinterhand, einen deutschen Torwart, auch noch deutschsprachig. Der spielt gerade eine super Saison beim VfB. Der will vielleicht zurück nach Stuttgart. Stichwort Gehalt. Der Nübel hat die Karten in seiner Hand. Der kann sagen, Bayern, Neuer ist noch ein Jahr da. Danach, was macht ihr? Ulle, Stammplatz, vergiss es. Der kommt wieder heim ins Remstal. Genau, ja, vielleicht. Ich bin deutschsprachig, so 27 Jahre alt. Ich bin im besten Torhüteralter, Auslandserfahrung, kann mit dem VfB vielleicht noch Champions League spielen und nach einem Jahr ersetzt sich Neuer. Für Bayern die bestmögliche Situation auf der Torhüterposition. Eigentlich ja für alle. Für Nübel ist es super, für den VfB ist es super. Worauf wartet ihr eigentlich noch? Ich weiß es nicht, aber er sagt ja ganz klar, der VfB ist für mich eine sehr, sehr gute Option. Und ich bin mir sicher in den Gesprächen jetzt mit dem Berater und den Bayern, da wird es genau darum gehen, ey, wie ist meine Zukunftsperspektive in München? Bin ich nach einem Jahr der neue Stammkeeper? Dann will ich aber bitte dieses Jahr dann noch zum VfB zurückverliehen werden und denkt nochmal dran, Gehalt, VfB kann das nicht ganz zahlen, übernimmt wieder was. So, da kann Nübel, Nübel hat alle Karten in der Hand. Und deswegen glaube ich, dass sein Impuls wäre, ich möchte in Stuttgart bleiben. Ich glaube nicht, dass sie ihn verpflichten können und ich glaube auch nicht, dass Nübel so blöd ist und freiwillig einen Stammplatz bei den Bayern irgendwie hergibt. Deswegen, aus meiner Perspektive, wenn du mich jetzt fragst, im Hier und Jetzt, der verlängert seinen Vertrag in München und spielt nächstes Jahr wieder in Stuttgart oder also nächste Saison, dieses Kalenderjahr. Wie seht ihr da draußen? Schreibt es uns in die Kommentare. Bleibt Nübel beim VfB. Wie seht ihr die Personalie? Wird mich auch eure Meinung interessieren da draußen. Zumal noch ein kleiner Aspekt, nochmal mal den Blog wirklich zu. Du musst ja im Hinterkopf haben, du hast den Dennis Simon. Du hast eben schon die Perspektive aufgezeigt, mittelfristig bauen wir auf dich und da würde das natürlich auch perfekt reinpassen, dass du sagst, hey du, Dennis, du brauchst noch, du wirst vielleicht auch verliehen im Sommer, wissen wir jetzt noch nicht, aber das würde sicherlich aus seiner Sicht auch sehr sinnig sein und nicht nur jede Woche Regionalliga zu kicken. Und dann sagst du ihm, du, pass auf, wir haben den Nübel nochmal ein Jahr geliehen, aber dann so. Das Spiel kannst du natürlich nicht ewig machen und jeden Sommer dem einen anderen vor die Nase setzen, aber der ist halt, ist er schon 18, ich bin jetzt gerade gar nicht sicher, ob er noch 17 oder 18 ist, ist auf jeden Fall verdammt jung und noch sehr viel Zeit. Also, wenn man es durchdenkt, aus vielerlei Perspektive macht das natürlich Sinn, das einzige Fragezeichen, das ich halt noch sehe, bei Bayern ist nicht klar, wer nächstes Jahr Trainer ist. Du weißt nicht, was der Trainer sich wünscht, sich vorstellt und der wird da sicherlich auch ein Wörtchen mitzureden haben, denn die Bayern haben sicherlich auch ein Interesse, mal wieder einen Trainer über zwölf Monate hinaus zu beschäftigen. Aber das ist ein anderes Thema, das lassen wir auch zu. Wir wollen noch einen letzten Punkt besprechen zum Heidenheim-Spiel, ehe wir dann weitergehen. Du hast es auch schon anklingen lassen, der Torjubel von Dennis Undaff nach dem Ausgleich. Also mal vorneweg, schaut es euch noch mal an, das Tor. Ich will nicht das Adjektiv Weltklasse verwenden, aber das ist schon mega. Also wie der die Murmel da runter nimmt, verarbeitet, zwei Heidenheimer ins Leere grätschen lässt und das Ding da so reinhängt. Chapeau. Zocker, Zocker gehen. Absoluter Zocker. Wie auf dem Bolzplatz. Abziehen, wollen, antäuschen, zwei Gegner rutschen, ins Leere. Und dann ab zum Eistee und weiter geht's. Wir sprechen über den kuriosen Torjubel. Hier, die Geste hast du schon gezeigt, Hand ans Ohr, Kurve, ich höre nichts. Hat keinen Bezug gehabt zu diesem Stimmungsboykott der Anfangsphase. Wir haben den O-Ton dabei, wir hören mal rein, was der Stürmer selbst zu seinem kuriosen Torjubel sagt. Hier kommt da Dennis Undaff. Dein Jubel zum 3-3, du hast ein bisschen in die Fankurve ans Ohr gehalten, ein bisschen so gemacht. Wie erklärst du den Jubel? Was war da? Ich habe das Gefühl gehabt, dass die Fans nach dem 3-2 irgendwann aufgehört haben, Stimmung wieder zu machen. Ich glaube, in einer kurzen Zeit hatten die dann wieder Stimmung. Aber dann war es ruhig. Und ich glaube, nach so einer Saison erwarte ich, oder eigentlich sind unsere Fans da für 90 Minuten, 95 Minuten. Ich war auch ein bisschen sauer, dass wir einfach so ein Spielfass aus der Hand gegeben haben. Deswegen kam dann alles hinzu und war ein bisschen abgefuckt. War ein bisschen abgefuckt, ja. Aber finde ich gut. Klare, klare Ansage auch so. Leute, ich kenne das eigentlich nicht. Und das ist ja wiederum auch die logische Reaktion, und die Fans sehen auf einmal, wie diese Mannschaft da innerhalb von ein paar Minuten einen sicher geglaubten Sieg auf einmal hinübergehen lässt. Und dass dann die Leute auch erstmal so, hä, was ist denn jetzt hier los? Und nicht sofort wieder in den Support-Modus fallen. Finde ich auch nur nachvollziehbar. Aber ich finde es auch absolut legitim, dass der Dennis Unnauf sagt, hey Leute, ich kenne das so nicht. Ich kenne euch doch nicht so. Ihr seid nochmal die Treuesten der Treuen. Ihr steht zu uns. Egal, was passiert. Was war denn da los? Ich glaube, da gibt es einen kleinen Haken an der Sache. Erstens, ich finde die Aussage hat schon ein bisschen, also eine Wucht. Wenn ich die Bild wäre, hätte ich da gesagt, irgendwie hier Undaff kritisiert Fans, Scheißstimmung. Da kannst du ja schon ein bisschen was draus machen aus dem Statement. Aber, jetzt kommt das Aber, er sagt ja selber, er war total abgefuckt. Emotionen im Spiel, direkt nach einer Partie, du führst 2-0, gibst es noch her, machst es 3-3. So, da spielt auch ganz viele. Der war in erster Linie abgefuckt, weil sie es hergegeben haben. Genau, der war auf sich sauer. Einfach, der war auf sich und die Mannschaft sauer. Und deswegen kannst du es nicht auf die Fanseite drehen. Und deswegen habe ich es ja auch so nicht gemacht. Sehr gut, Simi. Genau. Bin sehr stolz. Wollte ich nur nochmal sagen. Aber das hat ja schon ein bisschen Sprengkraft. Und das wussten wir nicht. Jetzt, komm. Also, ja. Also, wenn ich bei der Bild wäre, hätte ich draufkauen. So, aber das ist ja ein anderes Thema. Ich bin ja nicht bei der Bild. Deswegen, worauf ich hinaus will, ist, was wir nicht wussten in der Mixzone und was er natürlich auch nicht wusste, war, es gab wohl zwei Notarzt-Einsätze am Ende des Spiels. Wir konnten das nicht verifizieren. Ich habe es versucht, aber datenschutztechnisch weißt du eben nicht, was da los war. Schwierig war, ja. Du findest es nicht raus. Du kannst da auch nur, also das sagen die ja auch nicht. Es geht auch niemandem was an. Aber es gab wohl zwei Notarzt-Einsätze in der Kurve und es ist ja dann klar, dass da ruhig ist. Also, ich bitte dich, da gibt es ja Wichtigeres. Aber das wussten die Spieler auf dem Feld nicht. Klar. Und dann war eben nach dem 2-0 diese Party-Stimmung, so hat es Nübel beschrieben in der Mixzone, dann fängst du dieses 1-2, das 2-2, 3-2 und dass dann die Kurve erstmal geschockt ist, wie die Spieler auf dem Feld auch, ist ja logisch. Aber ich finde diesen O-Ton Undaf und deswegen haben wir ihn mitgenommen, gar nicht, um ihn in die Pfanne zu hauen und zu sagen, ey, guck mal hier, ihr Fans, Undaf kritisiert euch. Sondern ganz im Gegenteil. Das ist eher so, ey, der ist mit ganzem Herz auf dem Platz. Und auch nach dem Spiel mit ganzem. Ja, also da gäbe es ja auch andere, die lavieren sich dann da rum und sagen, sie so, ja, bla, bla, bla. Also, er sagt ganz klip und klar, Leute, ich war abgefuckt. Ja. Denn das macht ihn ja auch so spannend und deswegen wird er auch bei der Nationalmannschaft, wenn er nominiert wurde, sofort auf eine PK gesetzt, weil er sich abhebt aus diesem grauen Einheitsbrei, der das mittlerweile einfach ist. So, und da ist er ein ganz erfrischender Farbtupfer, nicht nur, weil er ein super Zocker ist auf dem Platz, sondern weil er eben auch nach dem Spiel, das, was ich immer so oft kritisiere, ich glaube keinem Spieler, und ich finde, beim VfB sieht man das gerade wunderbar. Wir haben auch Nübel gehört, super sympathischer O-Ton. Wir haben jetzt Undaf gehört, das kennen wir schon. Lasst einfach ein bisschen mehr zu. Seid ehrlicher. Ich will jetzt gar nicht damit sagen, dass die anderen die Leute anlügen, aber so traut euch das. Sagt mal abgefuckt. Sagt mal, Leute, ich hab das so nicht, da ist nichts dabei. So, du hast es anklingen lassen. Ja, das ist ein Teil der Medien, die da oft dann gerne draufhauen. Da können nicht nur die Kollegen der Bild dazu, sondern auch der ganze Schrottkram, der da sonst noch im Netz rumflirrt. Und dann kann ich auch viele Spieler verstehen, die erst mal nur ihre 0815-Sätzchen sagen. Aber Leute, seid mal ehrlich, so ein Undaf-O-Ton, auch der Alex Nübel so, das macht doch allen viel mehr Spaß. Bisschen lockerer sein, es geht am Ende nur im Sport. Gut, dass du es auch noch eingeordnet hast mit den Notarzt-Einsätzen und so weiter. Macht das Ganze nur erfrischender. Und wir machen einen Strich drunter unter das Spiel, nehmen nochmal ein Fazit mit, haben noch einen letzten O-Ton dabei, nämlich den Coach. Das Beste kommt zum Schluss. Das Beste kommt zum Schluss. Die Frage ist ja, was machen wir jetzt mit dem Punkt? Wir müssen ja irgendwas draus lernen. Also wir im Sinne von die Mannschaft sollte was draus lernen, weil das ist ja eigentlich ein Punkt, der letztlich gar niemanden zufrieden lässt. Normal hast du irgendwie so einen später Ausgleich, dann fühlt sich der eine wie ein gefühlter Sieger. Kann er aber auch nicht sein, weil er 0-2, eine 2-0-Führung hergegeben hat. Die Heidenheimer wiederum auch. Scheiße, wir schießen drei Tore in Stuttgart, gewinnen trotzdem nicht. Wir hören einmal rein, Cheftrainer Sebastian Hoeneß mit seinem Wort zum Sonntag. Aber wir müssen definitiv draus lernen, insbesondere eigentlich aus der Phase vor dem 2-1. Natürlich dann auch aus der Phase nach dem 2-1, wo wir dann nicht mehr die Kontrolle hatten, die Souveränität verloren haben. Aber dazu habe ich gemischte Gefühle. Es ist eine junge Mannschaft, die sehr vieles richtig macht. Ich möchte ihr das zugestehen, dass das passiert in so einem Spiel und möchte einfach auch nochmal ganz klar zum Ausdruck bringen, wie überragend das ist, dass wir in diesem Spiel noch 3-3 spielen. In der letzten Sekunde einfach das 3-3 machen, wo wir nicht genau wussten, ob wir uns jetzt richtig freuen sollen oder nicht. Ich habe mich innerlich gefreut, nach außen konnte ich es auch nicht zeigen. Aber der Punkt ist enorm wichtig für die Moral und für die Tabelle im Übrigen auch. Den nehmen wir jetzt einfach mal mit und müssen und wollen und werden aus diesem Spiel lernen, weil da gibt es viel zu lernen. Dankeschön. Ja, Danny, ich finde die Aussage deshalb so geil wieder mal, weil es einfach zeigt, wie reflektiert er ist. Und er sagt ja wortwörtlich, hey, das ist eine junge Mannschaft und ich will dieser Mannschaft zugestehen und ich erlaube ihr auch, Fehler zu machen. Und der Fehler war eben, nach dem 2-0 sich zu sicher zu fühlen. Und deswegen, ich glaube, wenn man Strich drunter ziehen will, der Punkt kann am Ende in der Endabrechnung, sagt er ja auch, sehr, sehr wichtig sein. Oder halt auch, ich will jetzt nur den Mahn und den Zeigefinger heben, wenn am Ende ein Pünktchen fehlt zur Champions League, dann weißt du ganz genau, wo du sie hast liegen lassen. Genau. Und deswegen ist es ein lachendes und ein weinendes Auge. Wie so schön, immer zwei Seiten der Medaille. Du musst das Spiel eigentlich ziehen, du musst es gewinnen. Dementsprechend abgefuckt war Dennis Undaf. Aber dass du hier noch das 3-3 machst, wichtig für die Moral, ich glaube, das kann dir auch noch einen leichten Aufschwung geben. Das Problem ist, das wird echt ein Riesenproblem. Da kommen wir aber nachher dazu. Anton fehlt leider saudumm. Fünfte gelbe Karte hat gemeckert, weil er einen Anwurf nicht bekommt. Das ist halt das Ärgerliche. Das ist richtig dämlich. Deswegen, ich glaube, der Schmerz beim VfB in Anführungszeichen überwiegt, als das Glückgefühl, jetzt hier noch den Ausgleich gemacht zu haben. Deswegen, für mich sind es zwei verlorene Punkte anstatt ein Gewonnener. Wir nutzen aber diesen wunderschönen O-Ton von Sebastian Hoeneß, um in unseren zweiten großen Themenblock zu gehen. Nämlich, ich habe es vorhin schon mal erwähnt, Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch, Sebastian Hoeneß. 365 Tage VfB Stuttgart. Hast du schon mal geschafft? Und wie hast du die geschafft? Da ist schon mal zum einen einiges passiert und zum anderen hat der VfB gerade in der zweiten Hälfte deiner bisherigen Amtszeit eine wahnsinnige Entwicklung genommen. Und Semi und ich, wir haben uns gedacht, wie gehen wir denn dieses Hoeneß-Jubiläum an? Wir haben uns überlegt, wir picken mal so ein paar Meilensteine seiner bisherigen Amtszeit heraus, um anhand derer aufzuzeigen, was für eine unfassbare Entwicklung diese junge Mannschaft genommen hat, wie er es ja schön in dem O-Ton auch gesagt hat. Und natürlich beginnt ein Rückblick auf die Amtszeit eines Trainers mit seinem ersten Spiel und fand es super nett, als wir vorhin uns Gedanken gemacht haben, da kommt sofort alles nochmal hoch. Also vor einem Jahr wird Sebastian Hoeneß vorgestellt, es war ein Dienstagvormittag, es gab Dienstagmorgen, ich glaube um 11 Uhr oder so, die Pressekonferenz, wo er auf dem Podium saß und erläutert hat, warum und wie er das jetzt vorhat. Und einen Tag später, ich glaube, es war das frühe Spiel, 18.45 Uhr oder so, DFB-Pokal beim 1. FC Nürnberg. Du bist rübergeömmelt. Nehm uns doch nochmal mit, wie war das in dieser Zeit vor allem, weil es ist ein Jahr her, es fühlt sich aber an, als wäre es vor zehn Jahren gewesen, gefühlt. Also ich habe, mein erster Impuls, den haben wir hier sogar aufs Themensheet geschrieben, weil es mir so wichtig war, mein erster Gedanke war, also aus Sicht von Sebastian Hoeneß, wie kann man so dumm sein? Wie kann man sich das antun? Also so blöd kannst du gar nicht sein. Die Mannschaft war Tabellenletzter in der Bundesliga, nochmal, dass wir das alles uns vor das Auge führen, wir hatten die Zeit mit Bruno Labbadia, The Legend, mehr müssen wir nicht dazu sagen, es war eine Himmelfahrtskommando, oder? Es war ein richtiger Scheißjob, den du da übernehmen musstest. Also ich meine, am Montag, glaube ich, wurde Bruno Labbadia entlassen. Nach einer sehr langen Hängepartie, erinnert dich da auch nochmal zurück, wie lange es sich bezogen hat. da war die Länderspielpause, du hättest die Länderspielpause nutzen können für einen sauberen Cut, für einen Wechsel, du hättest dem neuen Trainer viel Zeit geben können, dann verlierst du bei Union Berlin. 0-3 glaube ich. Genau, 3-0, obwohl du es eigentlich ganz gut mitgespielt hast, und dann wird er entlassen am Montag, dann wird Sebastian Hoeneß am Dienstagvormittag vorgestellt, hat eine Einheit mit den Profis, fährt dann am Mittwoch nach Nürnberg, oder nee, ich glaube, die sind am Dienstagabend noch nach Nürnberg gefahren. Nach dem Hotel noch. Genau, hatten dann im Max-Morlock-Stadion, heißt es doch, so ein leichtes Anspielen, Warmmachen, und hast dann dieses Pokal, was war das Achtelfinale, glaube ich, gegen Nürnberg, und wirklich, mein erster Impuls war, wie kann man sich das antun? Wie blöd bist du denn? Und dann, zack, 2-0-Sieg, Klapp-Milow hat getroffen. Ja, genau, ich bin mir gar nicht, ich weiß es nicht mehr, das kommt mir auch vor, als wäre es zehn Jahre her. Eine andere Zeitrechnung. Aber dann war auch so, die PK danach, war auch sehr beeindruckend, fand ich, auch schon in Nürnberg dann, der hat sofort einen sehr reflektierten Eindruck gemacht, einen sehr, sehr klaren Eindruck, und er hat eigentlich das gemacht, was die Mannschaft gebraucht hat, in diesen, es waren ja nicht mal, 36 Stunden, nämlich der Mannschaft das Gefühl gegeben, ihr könnt was. Ihr seid geil, ihr könnt kicken, aus euch ist mehr rauszuholen, als nur Bruno Labbadia, Stichwort Fehlervermeidung, sondern wir können selber offensiv Fußball spielen. Und er hat auch gesagt, das fand ich so spannend, in Nürnberg, dass er der Mannschaft gar nicht viel mitgegeben hat. War ja auch keine Zeit dafür. Also er hat sich das einfach mal angeschaut, hat auf Dreierkette mit Wingbacker-System umgestellt, Bruno war ja Viererkette, Waldi, Anton rechts hinten, dümmste Idee aller Zeiten, und hat einfach nur an ein, zwei Stellschrauben gedreht, hat sich den Rest angeschaut und hat auch zur ersten Halbzeit damals im Pokal gesagt, ich hab mir das erstmal angeschaut, wollte gar nicht groß eingreifen, weil ich hab ja keine Ahnung, ich wusste ja nicht, wie die performt. Charakter der Mannschaft, der kennt das ja, also er wusste das alles nicht, und ich dachte mir wirklich im ersten Moment, wie blöd kannst du sein? Also und dann gewinnt er das Spiel in Nürnberg, und zur Dramaturgie gehört er ja auch, das erste Ligaspiel, das war ein absolutes Do-or-Die-Spiel in Bochum-Ruhestadien. Du warst vor Ort, oder? Und du hast das Spiel gemacht? Nee, ich war nicht vor Ort, ich hab das Spiel aber gecovert aus der Redaktion, und es war dieser eminent wichtige 3-zu-2-Sieg, wo du auf einmal gemerkt hast, ey, hier, da kann was gehen, da kann was gehen, und dennoch, um einfach nochmal euch mit abzuholen, denkt euch auch nochmal rein in diese Zeit, deswegen war so mein zweiter Meilenstein in anderen Abführungen, den ich hier aufgeschrieben hab, ich war mit der Mannschaft im Olympiastadion bei Hertha BSC Berlin, auch das so ein berühmtes Sechs-Punkte-Spiel, wo die Mannschaft so dermaßen verkackt hat, da war eine monstermäßige Unterstützung, ich glaube, es waren fast 7000 VfB-Fans, alle in Rot, oder was? Alle in Rot, oben in Berlin im Olympiastadion, und die Mannschaft komplett blutleer, 0 zu 2, und da, deswegen wollte ich das Spiel hier heute nochmal besprechen, hatte ich so das Gefühl, hat Hoeneß vielleicht kurz gezweifelt, weil überhaupt nicht Absee war, ja, hatte einen guten Start, Sieg im DFB-Pokal, Sieg beim VfL Bochum, aber dann hat er auch so gemerkt, warum diese Mannschaft da unten rumgekrebst ist, so dieses Unerklärliche, diese Leistungsschwankung, und da habe ich nach dem Spiel das Gefühl gehabt, das hat ihn schon sehr getroffen, aber wiederum, die Stärke von ihm war ja, dass er das nicht lange zugelassen hat, diese Enttäuschung, die, was das war, das war mit eins der schlechtesten VfB-Spiele in dieser schlechten Phase, und das will wirklich was heißen, und dann hat er es ja letztlich geschafft, diese Mannschaft, unter anderem auch, Heimspiel Dortmund, deswegen habe ich es vorhin noch mal erwähnt, 3-3, erinnert euch daran, Silas macht den Ausgleich, nachdem Reina, glaube ich, auch in der 92. Dortmund in die Führung geschossen hatte, und so weiter. Alter, dieser Moukoko-Jubel zu Bredlow. Genau, und er hat es geschafft, von Anfang an, das zu versprühen, dieses, Leute, ihr könnt was, ich glaube an euch, und dann, der dritte Meilenstein sozusagen, Simi, da warst du wiederum vor Ort, der letzte Spieltag der vergangenen Saison, es war alles möglich für den VfB, von direkter Rettung bis Relegation über Abstieg, und diese Mannschaft hat dem Druck, kann man sagen, sie hat dem Druck nicht standgehalten, ich finde schon, weil am Ende des Spiels stand, der VfB muss in die Relegation, und es war für einen kurzen Moment Niedergeschlagenheit da im weiten Rund. Weil eigentlich hat jeder damit gerechnet, die retten sich jetzt. Mit dem Heimweyer-Safe zu dem Zeitpunkt schon. Und die waren auch grottenschlecht. Grottenschlecht, genau. Und dann spielst du nur 1 zu 1 nach einem Patzer. Genau. Nach einer Ecke. War es Flo Müller, oder? Weil Bredlow verletzt war. Das war es schon, oder? Ich komme gerade nicht mehr ganz drauf klar, was mir in Erinnerung geblieben ist von diesem Spiel, ist eben, was dieser Sebastian Hoeneß kann und was man meiner Meinung nach nicht lernen kann, ist, diesen Moment erkannt zu haben, ich muss jetzt was machen im Stadion, weil im Stadion war ja die Stimmung so, fuck, Relegation. Scheiße, Relegation. Das kann jetzt nicht wahr sein. Die haben es verkackt, die hätten sich retten können gegen diese blinden Truppe aus Hoffenheim, Entschuldigung, Reno, verzeih es mir. Und Hoeneß schnappt sich das Mikrofon, geht vor die Kurve und lässt diese Enttäuschung, die ja da war, Lässt sie nicht zu. Keine Sekunde lang zu. So, Leute, wir gehen jetzt in die Relegation und da zeigen wir es mal allen. Und deswegen dann, nächster Meilenstein, du hast beide Spiele gesehen. Du hast mich echt hängen lassen. Ich habe dir vertraut. Das war echt eine traurige Phase für mich. Ich habe dir vertraut und du hast es ja gemeistert, genauso wie die Mannschaft es gemeistert hat. Zwei Spiele gegen HSV, unterm Strich super souverän. Aber da wurde letztlich, glaube ich, die Saat wirklich nochmal gelegt oder vielleicht gedüngt, die jetzt aufgegangen ist. Oder wie siehst du es? Ja, absolut. Also die Relegation gegen Hamburg war sehr, sehr souverän. Also da gab es überhaupt keinen Zweifel daran, in zweimal 90 Minuten, wer hier der Bundesligist ist und wer auch in der Bundesliga sein sollte. Und ich erinnere mich auch noch gut an dieses Hoffenheim-Spiel. Das war auch so kurz niedergeschlagen, vielleicht für 20 Sekunden und dann noch auf der PK direkt wieder Angriff, Hoeneß, ey, wir haben Relegation, wir sind gut, wir sind gut und nicht so irgendwie so, nicht so stammtisch geschwätzt, sondern es war so, ey, Leute, wir können was, das ist jetzt echt kacke hier, 0-0, 1-1 gegen Hoffenheim, sorry. Und da war ja auch dieses Torwart-Thema, da war Müller, muss dann ins Tor, in der Relegation und der wurde eigentlich abgesägt von Labbadia. Also wirklich, das war eine richtige Kack-Situation und da hat er einfach Euphorie, ernsthafte Euphorie versprüht. Und die Mannschaft hat es unterfüttert durch einen guten Heimauftritt und dann in Hamburg. Genau, und auch ernsthaften Optimismus. Also so, das war, das zeigt einfach, was für ein Mensch, was für ein Charakter Sebastian Hoeneß ist und dann, denn die nächste Meilenstein war ja wilde Vorbereitung, abgebrochenes Trainingslager, Abgang von Endo, zwei Tage vor dem ersten Punktspiel, Mafropanos weg, Sosa weg, oh mein Gott, was geht hier eigentlich ab? Wir verkacken, wir steigen ab. Dazu noch so ein paar Leihspieler, wo man nicht so recht wusste, keine Ahnung, klappt das mit Nübel, Stiller, kann der überhaupt was? Der ist eigentlich Dennis Undaf, der ist eigentlich Dennis Undaf. Angelo Stiller, was für ein Endo-Ersatz, du hattest keinen Plan. Und dann zerstörst du Bochum am ersten Spieltag, 5-0 war auch ich im Stadion, dann war Leipzig 1-5 und da dachte ich schon so, was geht denn jetzt ab? Was wird das für eine Runde werden? Was wird das für eine Runde? Wo geht das hin? 5-0 Sieg, 1-5 Niederlage, dann 5-0 Sieg Freiburg. Ja. Also eine wilde Anfangsphase, wo du gar nicht genau wusstest, wo du stehst und dann, Danny, wusstest du eigentlich, wo du stehst? Du hast hier nochmal einen weiteren Meilenstein aufgeschrieben für dich. Ja, die nächsten Meilensteile, die ich für mich aufgeschrieben habe, waren dann so der Heimsieg gegen Dortmund im November und das Remis gegen Leverkusen im Dezember und dazwischen noch diese Spiele, wo eben dieses, hey, wir reiten hier auf einer Welle, super, müssen wir so lange machen, bis sie bricht, wo man irgendwann die Erkenntnis bekommen hat, hey, die bricht gar nicht, weil wir sind gut. Wir sind gut, die Personalentscheidungen waren gut und richtig, Nübel, Undorf, Stiller und so, haben wir schon angesprochen, dazu die Entwicklung von Führig, von Mio, Girassi, brauchen wir gar nichts mehr dazu sagen, dass der so explodiert, das war nicht abzusehen und deswegen, für mich war, sag ich mal so, dieser Dortmund-Doppelpakt, dass sie die im Pokal und in der Liga zweimal durch die Manege gezogen haben, da habe ich das erste Mal so wirklich dran geglaubt und so, hey, die haben wirklich was drauf, die haben wirklich fußballerisch enorm zugelegt und dann eben absoluter Meilenstein, die spielen im Ende des Jahres gegen Leverkusen eins zu eins und das ist, gut, du hast das Pokalspiel gemacht, was ja ähnlich gut war vom Niveau, aber noch besser, oder noch besser sogar, das war das beste Bundesligaspiel der letzten Jahre, das ich gesehen habe zumindest und es hat sich eben so verfestigt, so zum einen, ey, der Hoeneß funktioniert, der hat schon von Anfang an Draht zur Mannschaft gehabt, sonst hätte es mit der Relegation nicht geklappt und vor allem geht seine fußballerische Idee auf, weil sie stringent seine Ideen umsetzen, weil der Kader dementsprechend geplant ist, Stichwort Stiller, Stichwort Nübel, das sind Extraspieler gewesen auch, die du brauchst für diesen Hoeneßball, so. Und dann kommt die wackelige Phase zum Jahresstart, die Spiele habe ich beide begleitet, Bochum-Kleppach, ein Bochum zum Beispiel, richtiges Scheißspiel mit diesem Tor, ein Banner, Bannergate, Bannergate über dem Gate, lassen wir das, und da dachte ich echt kurz, oh, kommen sie aus dem Dritt, hast du echt gedacht? Ja, ich hatte nicht große Zweifel, ich hatte nur gedacht, wie schaffen sie es aus dieser Phase, aber ich war eigentlich optimistisch. Ich habe immer so gedacht, okay, jetzt pendeln sie sich auf dem Niveau ein, verlierst halt mal zwei Spiele, gewinnst wieder ein, spielst unentschieden, so, ich dachte, das wird jetzt so, du pendelst dich da irgendwo ein, Pustekuchen, jetzt seit acht Spielen, neun sogar, neun ungeschlagene Spiele in Folge, jetzt mal das Pokalspiel in Leverkusen ausgeklammert, du spielst beim 3-0-Sieg in Hoffenheim vor zwei Wochen war es, zweieinhalb Wochen, die vermutlich beste erste Halbzeit, die du unter Hoeneß gesehen hast, und damit wahrscheinlich auch die beste erste Halbzeit seit vier, fünf Jahren. Ach, mehr. Ja, oder mehr, also das war wirklich, also die haben die Hoffenheimer ja sowas von hops genommen, und die haben jetzt ja übrigens Leverkusen am Rande einer Niederlage gehabt, also die sind gar nicht so schlecht, aber gegen den VfB, die waren schon sennlos im Heimspiel in Sinsheim, in der Pre-Zero Arena, also das war einfach, das ist irre, wenn wir uns das anschauen, hier dieses Pokalspiel, dann gruseliger Auftritt Olympiastadion, dann Relegation, dann diese wirre Saisonstadt, und jetzt auf einmal sind wir auf, sind wir, weil wir ja auch im Dienst sind, dann vielleicht auf Champions League-Kurs. Also Sebastian Hoeneß, Chapeau, du bist der Mann der Stunde beim VfB Stuttgart, ich glaube, anders kann man es gar nicht sagen, oder? Ohne Sebastian Hoeneß, kein VfB, kein Champions League, nichts. Ne, ganz klar, also ohne, also dieser Trainerwechsel von Labbadia zu Hoeneß kam meiner Meinung, das habe ich auch damals so geschrieben und gesagt, viel zu spät, du hättest früher reagieren müssen, weil das absehbar war, dass das mit Labbadia an die Wand fährt. Insofern, vielleicht das schon der Ausgangspunkt der aktuellen Entwicklung und dass es halt so steil durch die Decke geht, das hat, also wer das hat kommen sehen, der darf sich gerne bei mir melden, dem gebe ich einen aus. Und ich brauche die Lottozahlen. Und die Lottozahlen noch dazu. Aber was wir euch damit zeigen wollten in diesem Parfumsritt hier jetzt durch die letzten, durch das letzte Jahr mit Hoeneß, wo kommt diese Mannschaft her? Von wo sind wir sozusagen gestartet mit Sebastian Hoeneß und was ist eigentlich aktuell gerade möglich? Diese Mannschaft ist Tabellendritter. Die hat jetzt unentschieden gespielt gegen Heidenheim. Ja, wir haben es ausführlich besprochen, gemischte Gefühle. Ja, aber denkt euch einfach mal noch ganz kurz zurück. Puh, da ist einiges passiert in dieser Zeit. Mittlerweile Hoeneß, Vertragsverlängerung, der wahre Kandidat hat mal in den Bayern, Trainerkandidat. Also wer hätte das vor einem Jahr gedacht? So, da war der aus der Arbeitslosigkeit. Alle haben, also waren, ich war auch, ehrlicherweise, das muss man schon zugeben, ihr könnt gerne mal schreiben, was ihr damals dachtet, als Sebastian Hoeneß angeheuert hat. Ich dachte eher so, war das nicht der, der mit Hoffenheim da zuletzt irgendwie zehn Spiele am Stück verloren hat und entlassen wurde und seit, keine Ahnung, einer ganzen Weile ohne Job ist. So Stichwort, man hat halt nichts Besseres gefunden. Ja, vielleicht bei dem einen oder anderen, deswegen wirklich, schreibt mal her, wie ihr euch gedacht habt und jetzt, ein Jahr später, ihr seht's, die Fußballwelt dreht sich doch ein bisschen schneller als die normale Welt, stehen wir hier und haben am Wochenende den Ausblick auf ein Spiel im Westfalenstadion, das übrigens Geburtstag feiert, 50 Jahre Westfalenstadion. Das ist dein Spiel, oder? Das ist mein Spiel. Spiel der Saison für dich. Ich freue mich schon sehr, ich freue mich schon sehr, ich freue mich immer, nach Dortmund hochzufahren, ihr wisst es, ein bisschen schwarz-gelbes Herz. Besuchst du wieder die Kollegen oben? Wenn Zeit ist, ich bin relativ früh oben, ich will ihn noch mit meinem Bruder treffen und wenn dann noch Zeit ist, treffe ich mich vielleicht noch mit einem Kollegen von den Grundnachrichten, muss ich mal schauen, aber auf jeden Fall, lass uns mal so den Blog ein Jahr Hönes zumachen und wirklich noch mal aufs Wochenende kurz blicken. Das ist das Topspiel, freue mich natürlich auch, 18.30, es ist auch tabellarisch, das absolute Topspiel, Dritter gegen Vierter, da geht einiges, der BVB mit einer richtig breiten Brust, die haben die Bayern geschlagen am Wochenende, würde jetzt aber passen zum BVB, wenn sie dann zu Hause gegen den VfB verlieren, ich glaube, die Knackfrage oder die Knackpunktfrage dieses Spiels, Danny, wird, wer hat mehr Druck? Ich glaube, die entscheidende Frage wird sein, kriegt der VfB den Antron-Ausfall kompensiert, weil das ist wirklich der dümmstmögliche Zeitpunkt, dass dir der Käpt'n und Abwehrchef wegbricht, ein BVB, der jetzt mit wirklich breiter Brust kommt, der zu Hause spielt, das ist das, was sie für eine Chore auf die Beine stellen werden, die Südtribüne, und der weiß, wir haben ein mordsmäßiges Hammerprogramm, die spielen in der Champions League Atletico Madrid, die spielen jetzt den VfB, die haben auch Leverkusen noch und so weiter, das heißt, mordsmäßig starke Gegner, aber gleichzeitig die Chance in direkten Duellen, diese Saison, die ja sehr, sehr holprig verlaufen ist, du hast immerhin schon zweimal gegen den VfB verloren und recht deutlich verloren, doch noch zum Happy End zu bringen. Alle guten Dinge sind drei, also ich stimme dir zu mit diesem Antron-Ausfall, aber ich glaube gar nicht, dass das so der Knackpunkt wird, ich glaube der Knackpunkt wird wirklich eher, welche Mannschaft hat mehr Druck, weil wir haben auch in der Mixzone, das haben wir jetzt auch in den O-Tönen ja gar nicht betitelt, wir haben natürlich auch mit Blick auf Dortmund, Fabian Rugemuth gefragt, so ey Leute, spürt ihr eigentlich, dass ihr was zu verlieren habt? Weil jetzt kommt die Crunch-Time, es sind noch sieben Spiele in der Bundesliga zu bestreiten, sieben Partien noch zu absolvieren, der VfB hat sieben Punkte Vorsprung auf RB Leipzig, die auf Rang 5 stehen, du hast vier auf dem BVB oder sind es drei, vier, genau, es sind vier auf dem BVB, wenn du dieses direkte Duell verlierst, das ist nur noch einer, du bist eben nicht, du bist nicht der Jäger, du bist der Gejagte und es ist schon die Frage so, wer hat da mehr Druck? die Verantwortlichen, auch Sebastian Hoeneß wurde auf der PK danach gefragt, könnt ihr gerne auch mal reinhören, die haben alle versucht zu betonen, so Leute, wir haben nichts zu verlieren, auch Fabian Rugemuth meinte, ja wir sind Dritter, aber wir wissen wo wir herkommen und deswegen haben wir nichts zu verlieren, ich sehe das aber anders, ich finde schon, dass die Mannschaft was zu verlieren hat, sie spielen so eine überragende Saison, jetzt kommt die Crunch-Time mit Spiele, Dortmund, Bayern, Leverkusen, dazwischen nach Frankfurt, du hast echt ein brutales Mörderprogramm jetzt zum Abschluss und du kannst was verspielen und die Frage ist, wie reagiert die Mannschaft auch noch unter der Prämisse, dass Anton nicht dabei sein wird, wie reagiert die Mannschaft auf diesen Druck, ich glaube, das wird der Knackpunkt, das wird die spannende Frage für den VfB, weil Dortmund ist der Favorit aus meiner Sicht im Westfalenstadion, zu Hause, mit dem Drive, die sind Favorit, deswegen glaube ich schon, dass der VfB nicht befreiter aufspielen kann, aber ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, mir fällt es schwierig zu formulieren, weil der VfB kann was verlieren, ja, aber Dortmund hat irgendwie trotzdem mehr Druck, weil sie zu Hause spielen, haben die Bayern geschlagen, müssen den VfB ja einholen, ich meine, ein Punkt in Dortmund aus VfB-Sicht wäre gut, wäre geil, aber ich sage, alles richtig, das ist die mentale Komponente, aber ich sehe knallhart die sportliche Komponente, wer spielt für Waldemar Anton und hält dir da hinten den Laden zusammen? Ja, du hast Sagadou verletzt, du hast Roh-Kieferbruch, ich glaube letzte Woche langsam mal wieder ran, also für mich keine Option, der ist auch keine Option, genau, ist keine Option, klar, Ito ist gesetzt, hinten drin, bleibst du bei einer Dreierkette, gehst du auf Viererkette, ziehst du vielleicht Karasor zurück, wer verteidigt dann rechts, machst du mit Stenzel, machst du mit Wagnoman, gut, Mittelstädt ist auch gesetzt, was ist mit Stergio, traust du dem das schon zu, junger Spieler, U21 Schweiz, reicht es schon, um vor 80.000 bei Flutlicht in so einem Spiel dann zu bestehen, also das ist für mich der rein sportliche Aspekt, der BVB hat eine offensive Wucht, guck dir die Offensivreihe an, Adiemi, Sancho, Brand, Füllkrug, Aller, das ist schon auch Qualität und die musst du erstmal verteidigt bekommen, Druck hin oder Druck her und der BVB ist deswegen, da hast du recht, Favorit und hat vielleicht mehr Druck, aber die wissen ja auch, die haben was richtig, die können da richtig Gas geben, die sind Jäger, die sind Jäger und die haben 80.000 im Rücken, gut, zieh mal 8.000 aus Stuttgart ab, die riechen Blut, die Dortmunder, weißt du, der VfB ist vier Punkte weg von den Dortmunder, die haben ein Heimspiel, die Dortmunder sehen, der VfB ist da oben und wir holen die jetzt, genau, und dann kommt es glaube ich wirklich auf diesen sportlichen Aspekt super an, weil es ist halt ein Riesen, also wenn dir Anton hinten wegfällt, ja, aber was machen sie denn? Ich tippe, dass sie Karasor zurückziehen, Dreierkette, bin mir noch nicht ganz sicher, also du hast ja schon ein paar Möglichkeiten zu spielen, aber ich bin mir noch nicht so sicher, was ist die beste Möglichkeit, also wir können es ja mal durchgehen, wenn du bei Viererkette bleibst, dann spielst du mit Mittelstädt und Ito und dann ist halt die Frage, stellst du mal Stergio rein und lässt Karasor im Mittelfeld neben Stiller spielen oder du ziehst vielleicht Karasor zurück, neben Ito in die IV und dann Rechtsverteidiger musst du fast auf Wagnermann gehen wegen dem Tempo, der muss ordentlich Tempo aufnehmen vom BVB, Stenzel auf der anderen Seite erfahren, stabil, du weißt, was du bekommst, Stenzel gegen Sancho, Brandt, Adeyemi, das ist ein Temponachteil, ja, aber den Temponachteil wirst du vermutlich nur mit Wagnermann kompensiert bekommen, also ich bin sehr gespannt auf die PK am Donnerstag, weil da werden wir den Trainer natürlich löchern, wie er das nämlich auffangen möchte, für mich ist glaube ich unstrittig, dass wir Karasor wieder auf dem Platz sehen werden, die Frage ist nur, ob vielleicht wirklich zurückgezogen oder auf der 6, Druck von der Kette zu nehmen, kannst du mit Ata Viererkette spielen, ich glaube das, ich glaube eher, ich glaube eher, dass sie mit Dreierkette spielen, Dreierkette, dann Ito zentral, nee, du hast Karasor zentral, quasi so ein bisschen so eine Art Vorstopper, der wirklich tief steht, weil der kann ja auch kein Laufduell aufnehmen, also der muss ja eher solltest du vermeiden, sagen wir mal so, der muss tendenziell tiefer stehen, Ito links und dann den rechten Part in der Dreierkette ist halt die Frage, Stenzel, bin ich mir nicht sicher, vielleicht riskierst du wirklich Stergio, wo du sagst, du spielst eine Dreierkette mit ihm als rechten Part, weil ich finde Viererkette, in der Viererkette beim VfB, die große Stärke ist ja, dass du Anton hast, der ganz oft im 1 gegen 1 seinen Gegner wegverteidigt, und wenn du Viererkette spielst mit diesem offensiven Wagnumann und dann rechts Karasor, boah, da brennt der Busch. Und dir fehlt natürlich Anton auch als Aufbauspieler. Ich würde tendenziell auf eine Dreierkette tippen, also Karasor Zentrum, links Ito und dann rechts Stergio oder eben Stenzel und dann bleibst du bei den Wingbackern, Wagnumann rechts, links Mittelstädt und der Hut bleibt vor der Abwehr zusammen mit Stiller. Das ist ja die Frage, was du dann machst, weil du hast ja schon fünf Spieler weg und davon Kerasi gesetzt, Führig acht, Million neun, Stiller zehn, dann ist die Frage, ist eigentlich schon zu? Ja, ist eigentlich schon zu, ja. Dann spielst du vielleicht mit einem alleinigen Sechser, vielleicht Enzo Mio auch ein bisschen tief, also ist ja dann die Frage. Das ist ja das Positive, so dass der VfB die Möglichkeit hat, das schon auch noch aufzufangen, obwohl schon sehr viele Spieler fehlen, also Zagadou, Ro, zwei Innenverteidiger raus, jetzt Anton der dritte und dennoch hast du noch Möglichkeiten, es zu kaschieren, aber brauchen wir nicht drüber rumreden, wenn der Anton nicht auf dem Platz steht, ist es ein Qualitätsverlust. So, nichts gegen Stenzel, nichts gegen Stenzel oder sonst wen oder Karasor dann. Hör doch auf, der ist Nationalspieler und Kapitän, also natürlich. Bauen wir nicht drüber reden, das wird ein heißer Ritt, zumal, ja so, außerhalb des Platzes beim VfB sich offensichtlich auch noch die Rückkehr eines Ex-Stuttgarters anbahnt, Sven Mislintatz, soll wohl als Sportdirektor in seine Heimat zurückkehren, würden wir ihm natürlich wünschen, wäre für ihn sicherlich richtig gut, hat ja auch schon mal beim VfB gearbeitet, als Kaderplaner, soll da jetzt die Schnittstelle dann übernehmen, Kehl wird vielleicht befördert, übernimmt den Posten von Watzke, könnte interessant werden, wissen wir jetzt noch nicht, ob da mit Vollzug zu rechnen ist, schon vor dem Stuttgart-Spiel, vielleicht ist er ja im Stadion, vielleicht treffe ich ihn, dann kann ich ihn fragen. Lass es uns mal abseits der Anton-Debatte zumachen, was ist dein Tipp für dieses Flutlichtspiel und Lothar Matthäus und Wolf Fuß und Danny Gallm auf der Pressetribüne? Mein erster Impuls sagt, die Dortmunder in der Verfassung, der VfB ohne Anton, der VfB hat was zu verlieren, ist der Gejagte, ich glaube, die verlieren in Dortmund. Ich glaube, ich habe ganz selten bisher jetzt in den letzten Wochen auf eine Niederlage getippt, aber ich glaube, unter den Voraussetzungen, wenn du nur rein die sportliche Perspektive siehst, Stichwort Anton, hast du Nachteil und die mentale Komponente, hast du auch einen Nachteil, weil Dortmund kann zu Hause vor voller Hütte, kann dich jagen, die wollen dich holen, die sehen die Tabelle und sagen, ey, der VfB ist vier vor uns, die schnappen uns jetzt und der VfB hat was zu verteidigen, hat was zu verlieren, das ist die mental schlechtere Ausgangslage. Ich glaube, die Dortmunder gewinnen gegen den VfB mit 3 zu 1. Ich bin optimistischer, ich glaube, dass es ein richtiges Feuerwerk wird und es einen Punkt gewinnen wird für den VfB und das ist dann ein Punkt, mit dem du wirklich gut leben kannst, ein Punkt in Dortmund immer. Ich tippe auf 2 zu 2. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie jetzt unter den Voraussetzungen zu 0 spielen, weil, ja, aber ich glaube halt einfach, der VfB ist der VfB. So, die haben in dieser Saison auch noch nicht wirklich konstant überzeugt und ja, die haben jetzt die Bayern geschlagen, aber die Bayern waren auch wirklich gruselig, vor allem in der zweiten Halbzeit, gehört auch in die Bewertung rein. Deswegen, ich bin optimistisch, VfB ist eine super Truppe, super Spirit, die haben trotzdem Qualität und Gerasi und Undaf, die können Schlotti und Hummels auch ganz schön wehtun. Deswegen 2 zu 2, optimistischer Tipp, wird ein gutes Spiel, ich werde mich richtig freuen, tolle Choreo, tolles Flutlichtduell, Westfalenstadion, ich würde am liebsten jetzt schon losfahren. ich fahre mit dem ICE hoch, oder wie? Ich fahre mit dem Zug hoch, ja klar. Willst du deine, die Uhrzeit irgendwann verraten, dann kannst du im Bordbistro mit ein paar VfB-Fans ein Viertel des Schlotzen. Bist du ja jetzt gewohnt nach Rom, gesetzt? Ach, da wurde kein Viertel des Schlotzes. Achso, nee. Nein, das machen wir nicht, wenn ihr mich trotzdem seht, freu ich mich natürlich, ich sage jetzt aber nicht, welche Verbindung ich fahre, ich sage nur, es gibt zwei Direktzüge, einen davon nehme ich. Ja, den frühen oder den späten, könnt ihr euch jetzt aussuchen. Nee, das wird klasse, ich freue mich richtig. Schöner Einstieg für mich nach meinem kurzen Urlaub. Jetzt steht hier auf meinem Blog noch dieses leidige Thema, Update, Machtkampf. Ich will gar nicht allzu viel sagen, ich möchte euch eigentlich nur den Tipp geben, der Benni Hoffmann hat nochmal eine schöne Geschichte gemacht, wo es um eine ein bisschen in den Hintergrund gerückte Kernfrage geht. Also wir rollen es jetzt gar nicht nochmal von A bis Z auf. Porsche Einstieg, Klaus Vogt, Abgewählt, Entmachtung, Riedmüller, Tralala, alles ein Wahnsinn. Bei der Lisse-Reise hat mich mal einer gefragt, der sich überhaupt nicht für Fußball interessiert, was passiert denn da eigentlich gerade? Und dann habe ich mal gemerkt, wenn du das jemandem versuchst zu erklären, der mit der Materie nichts zu tun hat, der schüttelt nur noch mit dem Kopf. Der schüttelt völlig zu Recht nur noch mit dem Kopf. Aber ich möchte euch den Tipp geben, lest mal beim Benni Hoffmann mit rein, habe ich gestern getan, um mich nach meinem Urlaub wieder ein bisschen auf den Stand zu bringen. Die Kernfrage, Thema Aufsichtsratsvorsitz, wer hat den eigentlich damals in die Verhandlung offensichtlich mit eingebracht? Es war ja offensichtlich so, dass es eine Absichtserklärung gab, die alle Aufsichtsräte unterschreiben mussten, in einem wirklich kleinen Zeitfenster von 16 bis 17 Uhr am Tag vor der Verkündung des Deals, wo man einwilligt, dass eben Klaus Vogt respektive der Präsident des e.V. nicht mehr den Aufsichtsratsvorsitz innehat. Und das ist natürlich wirklich eine entscheidende, vielleicht sogar die entscheidende Frage. Wie kann es eigentlich sein, dass dieses Ausgliederungsversprechen von damals auf einmal Teil eines Investorendeals ist? Hat Porsche das reingebracht und gesagt, wir wollen das verändern oder wurde es Porsche angeboten als Lockmittel, dass sie einsteigen? Das bringt doch Benni Hoffmann auf, diese Frage. Ich sage mal, eigentlich ist es ja wurscht, alleine, dass, egal wer es aufbringt, alleine, dass es diskutiert wird und dann abgestimmt wird und unterschrieben wird, egal, wer dann noch irgendeine Anmerkung und sonst was dazu gemacht hat, ist ja egal. Aber da ist erst mal, ist das so gemacht worden und es ist erst mal nichts passiert gegenüber den Mitgliedern. Wir sprechen gegenüber den Mitgliedern, gewählte Repräsentanten des e.V. und so weiter. Also, ich habe mal reingeschaut, 28. Juli, ist ja jetzt mittlerweile fix terminiert, ist die MV, fällt in meinen Aufgabenbereich, ich glaube, ich bin auch da. Da ist Sprengkraft da, weil du vorhin mal das Wort benutzt hast. Ich wage mal hier schon jetzt die Prognose, das aktuelle Präsidium, inklusive Präsident Klaus Vogt, die werden abgewählt, komplett. Und dann wird es natürlich interessant, wie das alles weitergeht, aber Thema Machtkampf, müssen wir uns auch alle erst mal sortieren, da tut sich gerade auch viel im Hintergrund. Es gibt Gesprächsrunden, ich glaube, am Dienstagabend war so ein Treffen von dieser vom Vorstand initiierten Gruppe, wo alle mit dabei sind, Freundeskreis, Vereinsbeirat, Präsidium und so weiter und so fort. Also gerade alle Colts haben geraucht, jeder hat mal geschossen, jeder hat eine Stellungnahme schreiben dürfen. Aktuell muss es sich mal ein bisschen sortieren. Wir hatten jetzt auch das klare Statement oder die Statements aus der Kurve nochmal, die wirklich ganz klar deutlich gemacht haben, hey Leute, ihr gebt uns gerade alle auf den Sack, habt ihr eigentlich einen Knall? So? Und das ist ein Gefühl, das man sehr gut nachvollziehen kann, wie ich finde. Ich bin gespannt, ob sich da jetzt in den nächsten Tagen, nächsten Wochen nochmal was tun wird. Was ich für ausgeschlossen halte, ist, dass da jemand zurücktritt. Nein, glaube ich nicht. Man hat jetzt auch die MV ein bisschen vorgezogen. Wäre, glaube ich, eher erst im Spätjahr gewesen. Jetzt ist sie Ende Juli. Da gibt es aber einige, die sich aufregen, weil es mitten Urlaubszeit, viele im Urlaub. Aber das sage ich dir aus der Erfahrung eines Berichterstatters, über den MV-Termin wird immer diskutiert. Ist er Anfang September, sagen alle, da ist ja auch noch Ferien. Du musst halt irgendwann einen Termin festlegen. Du brauchst den Platz. Du brauchst, wird vermutlich im Stadion sein, wenn du es in der Halle machst. Also da einen Termin zu finden. Erinnere dich, wie wir einen Termin gesucht haben für unseren Live-Podcast. Da muss man auch immer Kompromisse eingehen. Also das, nur am Rande erwähnt. Deswegen update den Machbaren. Ganz kurz, lest den Benni Hoffmann. Super Kollege, super informiert. Ich hatte jetzt selber gar nicht so viel Zeit, mich reinzufuchsen. Vielleicht kommt da noch was die nächsten Tage. Aber mehr möchte ich dazu jetzt gar nicht sagen, weil also da in Rom bei dem Gespräch mit dem Leser, der mit mir da in der ewigen Stadt war, ist mir das mal bewusst geworden, was das für ein Affenzirkus ist. Das kannst du einem Menschen, der sich für Fußball und diese Strukturen und 50 plus 1 überhaupt nicht interessiert und es auch gar nicht kennt, dem kannst du das gar nicht rüberbringen, über was die da streiten. Der denkt sich, du bist ein Depp. Nee, der denkt sich nicht, ich bin ein Depp, der denkt sich, die sind alles erwachsene Menschen, Wirtschaftsbosse, Porsche-Bosse, Firmen-Unternehmensbosse, auch Vogt ist ja Unternehmenschef. Der hat nur mit dem Kopf geschüttelt und ich habe, mir dann so gedacht, ja, wo kannst du eigentlich nur mit dem Kopf schütteln? Schön, dass ich in Rom war und es schnell vergessen habe. Ich will dazu auch nichts sagen, weil ich habe keinen Bock mehr auf das Thema. Wir haben dem letzten, ich glaube, es war am Donnerstag letzte Woche nach der PK, haben wir im Kollegenkreis drüber gesprochen, da hat keiner Bock auf das Thema. Wir müssen es halt machen, aber das ist halt völlig unnötig. Genauso unnötig wie das 3-3 gegen Heidenheim, genauso unnötig ist dieses blöde Thema hier. Ich will da gar nichts groß dazu sagen. Nö, ich habe da keinen Bock. Dann machen wir die Folge zu. Kurzer Werbeblock noch am Ende. Wer unsere Texte lesen möchte, meine Texte oder wer mal in unseren neuen VfB-News-Blog reinschauen möchte, den wir gelauncht haben. Also wir haben uns überlegt, wir sammeln so ein bisschen kleinere Häppchen, kleinere News, wo wir eher gesagt hätten, so Mensch, keine eigene Artikel, keine eigene Geschichte, haben wir dann eher liegen lassen oder so und jetzt packen wir das alles gesammelt in unseren News-Blog zum VfB Stuttgart, pushen das regelmäßig über die App. Also ein Grund mehr, euch die ZVW-News-App in den Stores zu holen, dann bekommt ihr alles auf Smartphone direkt gepusht. Was müssen wir noch bewerben, Semi? Homepage ist klar, zvw.de, schaut mal rein. Nächste Woche bist du dann nicht da. Ich bin noch dabei, wer mein Gast wird, verrate ich noch nicht, ist noch ein bisschen in der Schwebe, aber wird auf jeden Fall cool werden, bin ich auf jetzt, also ihr habt da ein paar Eisen im Feuer sozusagen. Semi, du hast jetzt dir deinen Urlaub wirklich redlich verdient. Ab geht's nach Portugal, ins Warme, wobei auch hier wird's warm, 27 Grad am Samstag, freue ich mich auch schon drauf. Es sei dir wirklich gegönnt, du hast hier richtig was abgerissen wieder, hast tolle Podcast-Gäste auch gehabt, Marco Hagemann, Daniel Haug, sowieso der beste Mann. Das hast du richtig klasse gemacht. Jetzt bin ich am Zug, ich habe schon was für euch vorbereitet. Freut euch also drauf. Semi, wir wünschen dir alle einen guten Urlaub und wenn du zurückkommst, dann sind wir schon mal ein Stück weit schlauer, weil dann sind die Spiele gegen Dortmund und Frankfurt durch und wir wissen, ist der VfB vielleicht doch noch mal so ein bisschen ins Strauchel gekommen oder marschieren sie weiter stramm Richtung Königsklasse. Das wird sicherlich spannend sein. Euch da draußen, danke fürs Zuhören, fürs fleißige Mitmachen beim Gewinnspiel. Wirklich irre, wie viele Leute sich da für unsere T-Shirts interessiert haben. Toll, dass ihr da dabei seid. Die Gewinner haben wir vorgelesen, werden natürlich informiert und kriegen das dann zugeschickt. Das soll es gewesen sein für diese Woche. Semi, danke dir. Schönen Urlaub. Euch da draußen nochmal herzlichen Dank und bis nächste Woche. Tschüss, Tschau.